Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin. Und ich bin der Jan. Und es sind wieder drei Monate vergangen. Das erste Quartal ist geschafft. Genau, ihr wisst, was das bedeutet. Es ist wieder Zeit für den Quartalsrückblick. Genau, wir schauen wieder zurück in der Zeit und gucken mal, welche Spiele haben wir gespielt. Und wir haben es ja im letzten Quartalsrückblick schon angekündigt. Einige Sachen kennt ihr ja schon, wie unsere Meinung dazu ist. Und bei uns kommt es ja auch mal vor, dass wir ein Spiel dann doch nochmal spielen. In mehr als einem Quartal. Ganz genau. Deswegen machen wir ein bisschen wieder die Sachen, die ihr sowieso schon kennt, die werden wir zusammenrücken. Und dafür werden wir dann aber dieses Mal, das hoffen wir, etwas ausführlicher über andere Sachen reden. Weil es gab dann doch einige neue Sachen, die bei uns auf dem Tisch gelandet sind. Und wir fangen an mit einem Escape-Spiel. Ja, da freust du dich ja immer ganz besonders drauf. Ja, richtig. Das ist meine große Leidenschaft mittlerweile, die Escape-Spiele. Und diesmal haben wir gespielt, habe ich dich gezwungen zu spielen. Gleich als erstes im neuen Jahr. Exit das Spiel und zwar mit dem, der Raub auf dem Mississippi. Das ist wie immer von Inka und Markus Brandt und der Ralf Querfurt war noch mitbeteiligt und ist beim Kosmos Verlag erschienen. Welche Schwierigkeitsstufe hat es denn? Es hat den Schwierigkeitsgrad fortgeschrittene. Und das war es auch. Wir sind Reisende auf einem Dampfschiff auf dem Mississippi, so einem Schaufelraddampfer. Ja, der heißt auch Schaufelraddampfer, nicht nur Dampfschiff. Sagte ich ja gerade. Ja, genau. Da reisen wir. Wir sind aber nicht nur Reisende, wir sind ja ermittelnde Reisende. Ja, weil während wir da sind, passiert ein Diebstahl und wir wollen den aufklären und zwar bevor unser Boot in New Orleans ankommt. Dampfschiff, Schiff, Entschuldigung, nicht Boot. Schaufelraddampfer. Weil das würde bedeuten, dass der Dieb entkommt. Weißt du, an was mich der Plot erinnert hat im Nachhinein? An den Film Maverick. Weil da war ja auch Pokerturnier auf dem Schaufelraddampfer und da wurde ja auch dann das Geld geklaut am Ende. Und da wusste man aber, also das war ja alles ein großer Plan. Hier ist es so, wir wissen es nicht, wir müssen herausfinden, wer das ist. Wir haben bestimmte Rätsel wieder, wo wir alles Material, was in der Box, auf der Box, um die Box herum benutzen können. Die Box, was man halt so kennt, wirklich wieder sehr abwechslungsreiche Rätsel. Wir haben aber die extra schwere Version gespielt. Genau. Bei uns gab es einen Produktionsfehler. Und das war die erste Box, die überhaupt sowas hatte bei uns. Also bis jetzt war immer alles tippitoppi. Wir haben Kosmos darauf angesprochen, gesagt, so und so war unser Erlebnis. Und deswegen ist es natürlich etwas negativer ausgefallen, als wir es gespielt haben. Und Kosmos selber hat uns nochmal bestätigt, die Fehlerquote, ich wollte die Quote der Fehler, aber Fehlerquote klingt dann doch schöner. So wie Schaufelraddampfer. Genau. Ist äußerst gering bei den Exit-Spielen. Aber das Problem ist, dieser Produktionsfehler, den wir hatten, wir verraten euch jetzt nicht wirklich, wo der ist. Doch, natürlich, das kann man sagen. Es gibt ja immer diese Lösungsdrehscheibe. Und eine Drehscheibe war bei uns einfach doppelt verbaut. Sodass man, wenn man gedreht hat, sich die nicht unbedingt mitgedreht hat. Und das bedeutet einfach, dass es uns, wenn wir, obwohl wir was richtig ist. Nein, Rätseln sind sowieso immer richtig. Aber zu richtigen Lösungen. Genau, den falschen Wert halt angegeben hat und dadurch hat sie halt gesagt, es ist falsch, was ihr rausgekriegt habt. Obwohl das nicht so war. Deswegen war das etwas frustrierend, bis wir zu dem Punkt kamen und rausgefunden haben, was da gerade schiefläuft. Und dann konnten wir das korrigieren und danach ging es halt normal weiter. Wobei, und das Frustrierende dabei ist ja eigentlich die Tatsache, dass wir bei diesem Rätsel, man weiß ja nie, ist es jetzt wirklich ein Produktionsfehler, der da war? Oder ist es Teil des Rätsels? Ja. Und das ist natürlich das, wir haben dann beide entschieden, es ist ein Produktionsfehler. Es hat danach ja auch funktioniert. Komischerweise, richtig. Mir persönlich hat es ganz gut gefallen, das Escape-Spiel. Also wenn man bis auf diese Frustration mit dem, wir haben die richtige Lösung und es wird aber gesagt, sie ist falsch, hingeht, ist es ganz okay gewesen. Aber, was mir wieder fehlte, ist die Entscheidung. Genau, danke. Du kennst mich doch schon so gut. Genau, die Entscheidung fehlt mir wieder. Das kann mir bestimmt 90 Prozent aller Zuhörer halten, dass auch sagen können, dass du jetzt Entscheidung sagst. Aber es war dann halt wirklich so, dass ich mir wieder gedacht habe, es ist zu linear und es gab auch ein Rätsel, das haben wir nicht kapiert gehabt, da waren wir zu doof zu, das zu lösen. Und es gab auch ein produktionstechnisches Ding, was wir sehr schwierig gelöst fanden. Also da, man muss ein bisschen was machen irgendwo. Das ist die typische Krux bei Escape-Spielen, dass du nicht kritisieren kannst, ohne zu spoilern. Aber der Punkt ist, das, wo du machen musst, wenn du da zu rabiat rangehst, kann es durchaus passieren, dass du das Rätsel nicht mehr lösen kannst. Und das fanden wir persönlich nicht so gut. Das ist so in der Mitte des Spiels. Wird euch das auffallen, wenn ihr das denn spielt. Aber, trotzdem. Hast du dich doch noch ganz gut unterhalten gefühlt? Ja, ganz genau. Wir werden ja in dieser Sendung noch zu anderen Sachen kommen. Jetzt kann man hier schon mal als mächtiger Offsprecher. Und dann erkannte Jan, dass Escape, nee, Exit eines der besseren Escape-Spiele war. Was in diesem Quartal gespielt wurde. Ganz genau. Was Jan zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Exit, Raub auf den Mississippi, würde eines der besseren Escape-Spiele in diesem Quartal sein. Das ist auch sehr schön gelöst, ja. Vielleicht sollten wir das jetzt umändern. Also unseren Podcast werden so Offsprecher, also in so einen hochproduzierten HBO-Podcast umwandeln. Ja, ich glaube mehr können wir auch zu Escape, also ich will ja immer Escape-Room, aber das ist ja was anderes. Es gibt so viele Escape-Dinger mittlerweile. April musst du noch mit mir spielen, das liegt noch da, die Zombie-Gedöns-Sache. Genau. Das machen wir dann im nächsten, also das hört ihr dann in drei Monaten, wie es dann da war. Auch gespielt haben wir Coralia von Michael Rienek, erschienen beim Hochverlag, mit wunderschönen Illustrationen von Miguel Coimbra. Das ist mehr so ein Kinderspiel, würde ich mal behaupten. Also nicht für ganz kleine Kinder, also eher so ein Familienspiel. Und bei dem geht es darum, einen Riff zu erkunden. Und das funktioniert folgendermaßen, man hat eben so bunte Plastikwürfel. Die sehen total geil aus. Es sind Custom-Dies, weil dann sind da so Seesterne drauf oder Fische oder sowas. Oder der Kraken. Auf jeden Fall würfelt man die, also immer vier Stück davon. Und je nachdem, was für Symbole da sind, kann man auf dem Riff dann ein Feld besetzen. Und jedes Feld kann aber nur einmal besetzt werden. Also es gibt sechs verschiedene Farben und sechs verschiedene Symbole. Und jedes kann eben nur einmal besetzt werden. Und je nachdem, welches Feld man besetzt, kann man halt verschiedene Dinge machen. Man kann zum Beispiel so Fische sammeln, Fischkarten. Das ist so eine Art Set-Collection, die man dann da machen kann. Dann geben am Ende verschiedene Fische eben Punkte. Oder man kann Perlenkarten sich nehmen. Man kann sich Riffe sichern und durch die darauf abgelegten Würfel dann Punkte generieren am Ende. Man kann solche Schildkrötenplättchen bekommen, mit denen man so eine Sonderaktion machen kann. Taucher hin und her tauchen lassen, mit denen man dann Schatztruhen bergen kann. Und das macht man dann halt eine befestgelegte Anzahl von Runden. Und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Wobei die Runden selber, das ist ein Dice-Drafting. Ja, doch ein Dice-Drafting, würde ich durchaus sagen. Weil es wird ja, die Würfel, die man hat, werden immer rei umgegeben. Und dann ist aber der Punkt dabei, sobald ich die bekomme, die Farbe der Würfel. Also Jasmin hat es ja gesagt, es gibt ja verschiedene Farben. Und dann ist es zum Beispiel so, ich bin dran, ich nehme mir die grünen, einen grünen Würfel raus aus diesem Dice-Pool. Würfel-Pool bei den Spielträumen, das würde jetzt mal auf die Denglish-Glocke hauen. Dann reiche ich die restlichen Würfel mit der anderen Farben weiter. Und der nächste Spieler nimmt sich wieder ein. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt dabei. Würfelt alle Würfel. Und ja, sucht sich dann seine Aktion aus. Und hier fängt das Spiel, was wirklich wunderschön aussieht, anholprig zu werden. Denn es ist vollkommen egal, weil ich muss sowieso jedes Mal neu würfeln. Ich kann zwar durch diese Schildkrötchen-Plättchen, die ich dann bekomme, mir Würfel vorher speichern. Aber dazu brauche ich erstmal eine Schildkröte. Und um die Schildkröte zu bekommen, muss ich ja erstmal ein Schildkrötensymbol gewürfelt haben. Und da ist der Glücksfaktor extremst hoch. Es ist aber ja auch nur ein Familienspiel und kein strategisches Spiel. Und das ist richtig. Das haben wir auch. Wir haben auch gedacht, naja gut, für uns als Vielspieler, das haut uns jetzt nicht so vom Hocker. Weil es halt wirklich zu glückslastig ist. Dann haben wir überlegt, vom Verlag her, das ist halt Familienspiel. Und das ist die Aufmachung, das sind die Würfel, das ist der Spielmechanismus, der dahinter ist. Das, was ich jetzt hier erklärt habe, ist halt schon recht runtergebrochen. Also die Detailregeln, die sind echt viele. Es ist jetzt nicht für ganz kleine Kinder. Es wird gesagt, es ist ab zehn. Aber ein zehnjähriges Kind muss da schon gut aufpassen. Am besten von jemandem erklärt bekommen, der es schon ein paar Mal als Erwachsener gespielt hat. Weil man halt so ein paar Sachen ein bisschen umständlich oder sehr ausführlich beschrieben hat. Ja, das ist ein ganz, ganz großer negativer Kritikpunkt, den wir haben bei Corallia. Ein negativer Kritikpunkt. Du hast von mir gelernt, Kritikpunkte sind immer negativ. Ja, und ich wollte es ja nochmal verdeutlichen, dass das wirklich, also die Regeln für Corallia, finde ich, sind so umständlich beschrieben, dass es an der Zielgruppe, nämlich der Familienvater, die Familienmutter, das Kind oder so, das sich aufgrund dieser Schachtel, dieser Gestaltung das Spiel wünscht, da durchaus verzweifeln kann. Also selbst wir haben bei einigen Sachen, und man muss ja sagen, wir sind ja professionelle Brettspieler irgendwo, sind wir an den Regeln verzweifelt, weil die bei einigen Sachen total simpel ist mit, ja hier, wähl deinen Würfel aus, drafte das Ganze oder wähl ihn aus und gib das Ganze weiter, klar kein Ding. Aber dann gibt es so Sonderaktionen, allein wie man sich einen Schatz sichert. Dass man mit dem Taucher nach dort taucht und dann nur da, wo man dann wegtaucht, kann man das hin. Das ist zu kompliziert für Gelegenheitsspieler einfach. Vielleicht nicht vom Mechanismus, aber wie es beschrieben ist, ist total schlimm einfach. Also da weiß ich nicht, warum diese Regeln so kompliziert sind. Weil eigentlich ist es ganz einfach und ein paar Beispiele in der Anleitung hätten dem ganz gut getan. Und einige schwierige Regeln mit dem Schatz bekommen oder dass der Krake da dann Punkte kriegt. Und wenn der Krake dann zu mir gehört oder nicht zu mir gehört, das hätte man auch nochmal vereinfachen können. Und das verstehen wir nicht. Also wir verstehen nicht, warum es an dieser Stelle da rausgeht und sind der Meinung, dass selbst wenn wir lange dafür gebraucht haben, das Spiel zu verstehen, aufgrund des Regellesens, dass das für einen Normalspieler, Gelegenheitsspieler eigentlich eine zu große Hürde ist und das Spiel dadurch abgewertet wird. Wenn ihr die Gelegenheit bekommt, das mal zu spielen, dann lasst es euch vorher von jemandem erklären, der das gespielt hat, weil dann geht das eigentlich relativ simpel. Unterm Strich ist es aber auch so, dass Coralier hat halt nicht viel Substanz. Das ist auch wirklich, ich meine, wie lange haben wir gespielt in der Viererpartie? 40 Minuten oder so mit Erklärung dann. Also das geht dann auch recht flott. Es sieht aber auch echt hübsch aus. Also das muss man dem Spiel lassen. Optisch kannst du da gar nichts bemängeln. Nö, absolut nicht. Es gibt so kleine Kraken aus Holz, die jeder hat, die man dann auf diese Würfel draufsetzen kann, um zu zeigen, hey, das ist mein Riff sozusagen und diese kleinen Holztaucher und die gesamte Gestaltung des Riffs, also es sieht super schön aus. Aber das ist ja genau das, was wir bemängeln, ist super tolle Produktionsqualität, die auf super tollem Niveau für Familienspieler ist, eben mit diesem Bruch zu komplizierten Regeln teilweise oder komischen Regelkonstrukten, die sich nicht gut anfühlen einfach, die man hätte vielleicht anders machen können. Vom Wasser in die Wüste. Kami Gami Battles, River of Souls haben wir gespielt. Ein Deck-Building-Spiel. Also schon mal total gut einfach, muss ja gut sein. Von Japanime Games, entwickelt von Rich Gain und Artist irgendwelche Leute. Also irgendeiner hat schöne Karten gemalt. Mit leicht bekleideten Damen. Also dieses typische japanische Flair, was wir dort haben, ist aber im Grunde genommen halt ein Deck-Builder, in dem wir versuchen, unsere Hand zusammenzubauen mit dem klassischen Mechanismus. Also wirklich, ich suche mir Karten zusammen, die mir mehr Stärke geben. Ich suche mir Karten zusammen, die mir mehr Geld geben. Diese Karten schmeiße ich zusammen und versuche damit, den anderen zu vernichten. Und ich kann eine Karte spielen und dann solche Ketten-Effekte nutzen. Das heißt, die Karten haben immer eine bestimmte Farbe, der sie zugeordnet sind. Und es gibt dann Farben, die ich danach spielen kann. Das heißt, habe ich keine passende Karte, die danach folgen kann, kann ich keine weitere spielen. Genau. Und das ist das, was das Spiel ein bisschen natürlich von anderen Deckbildern wieder abgrenzt. Dass ich eben genau diese schönen Ketten habe, wo ich sage, ah, wenn ich das so zusammengebaut bekomme, dann kann ich eine Karte nach der anderen entsprechend triggern. War bei uns ein bisschen schnell vorbei. Also, weil man startet gleich irgendwie mit so und so vielen Punkten Leben oder Schaden. Und wenn man es schafft, auf 20 zu kommen oder so, dann ist das Spiel auch vorbei. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass dann, also es war recht schnell. Also, es war wirklich nach 20, 25 Minuten vorbei. Das ging mir etwas zu fix vom Spielgefühl her. Ja, ich habe mich nicht gewehrt. Das ist richtig, aber es war auch gefühlt ein sehr schnelles Spiel. Was ich weiß von diesem Spiel ist, es ist ja eine Serie von Spielen, diese Kami-Gami-Battles. Und River of Souls ist halt eine eigenständige Erweiterung. Ich kann aber auch andere Packs von früher mit reinpacken. Und was ihr bei diesem Spiel auch kriegt, wenn ihr das euch zulegt, ganz viel Luft in der Schachtel. Also, die Schachtel ist sehr groß und selbst wenn man die Karten-Packs, also das ist so ein bisschen Dominion-Style, dass man dann die Karten unterteilt. Das ist die Battle-Card auf sowieso und dann sind da fünf Karten drin oder sowas. Aber das nimmt mal gerade ein Viertel der gesamten Verpackung so ungefähr ein. Also, das hätte man auch kleiner produzieren können. Ich hoffe, wir werden es auch im nächsten Quartal nochmal spielen. Da fordere ich dann doch Revanche von dir. Das war jetzt also ein absoluter Ersterindruck, muss man dazu sagen. Ja, weil es hat nicht gleich beim ersten Mal gezündet. Jedenfalls nicht so, dass man sich gedacht hat, das müssen wir jetzt gleich nochmal spielen. Das war schon... Das war mehr so, und was war das jetzt? Genau, das war ein bisschen komisches Gefühl dabei. Wo hatten wir denn noch ein komisches Gefühl? Weiß ich nicht, ob du dabei ein komisches Gefühl hattest, aber wir haben gespielt Ticket to Ride London. Ja, da hatte ich ein komisches Gefühl. Wir sind mit Bussen, an Buslinien durch London gebaut. Und du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Das ist ja mal was ganz Besonderes. Das passiert nicht oft bei Ticket to Ride, also Zug um Zug. Zug um Zug London ist ja genau wie Zug um Zug New York, so eine kleinere Schachtelgröße. Was das Spielerlebnis von Zug um Zug eben in einer verkürzten Spieldauer sozusagen einfangen möchte. Und statt Zügen oder Taxis wie in New York, habe ich jetzt eben Busse. Hauptsächlich. Und will mit denen dann Sehenswürdigkeiten verbinden. Und das Besondere ist, in New York gab es ja Sonderpunkte, wenn du Sehenswürdigkeiten angefahren bist. Also nicht angefahren, wenn du sie angeschlossen hast. Weil sonst ist ja die Sehenswürdigkeit kaputt. Wenn du an Sehenswürdigkeiten vorbeigekommen bist, hast du Trinkgeld gekriegt von deinen Mitfahrern. Und in London gibt es eben bestimmte Gebiete. Und wenn du alle Busstationen in einem bestimmten Gebiet anfährst, ja das nennt man so. Oder anschließt, so möchtest du ja lieber so haben. Dann gibt es eben Sonderpunkte. Und zusätzlich halt ganz normal wie bei Zug und Zug Strecken, die du bauen musst. Hat mir nicht so gut gefallen. Lag jetzt auch nicht daran, dass ich verloren habe beim Zug um Zug London, sondern weil die, und das hatte ich damals schon geschrieben, als ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe, weil die Änderungen zu New York zu minimal waren. Also wie gesagt, statt Sehenswürdigkeiten muss ich jetzt halt Viertel umschließen. Und das Problem ist aber, bei den Vierteln, wenn ich jetzt Zielkarten auf der Hand habe, die nicht unbedingt zu meiner Viertelstrategie passen, dann macht es keinen Sinn, Viertel zu erschließen, wenn ich eher auf die Zielkarten spiele. Das war ein bisschen, wie gesagt, mir hat es nicht gefallen. Und ich bin ein großer Zug-um-Zug-Fan, muss man auch dazu sagen. Ich bin ein großer London-Fan. Ja. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Es ist eben, wie du sagst, minimal anders. Aber ich finde immer noch diese kleinen Schachteln, die sind wirklich gut gelungen. Und die fangen tatsächlich dieses Spielgefühl halt ein. Und ob man jetzt lieber New York oder London möchte, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Und das heißt, dein Argument, es ist nicht zu viel, nein, es ist nicht genug anders als New York. Kommt ja darauf an, in welcher Reihenfolge du das jetzt spielst. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt sich, oh, London, das würde ich voll gerne mal spielen. Hat New York noch nicht gespielt, ist das natürlich was anderes. Aber ich glaube auch nicht, dass man alle von diesen kleinen Schachteln braucht. Nee, ich glaube, dann sind die Unterschiede wirklich auf große Sicht gesehen zu klein, wenn sie da noch andere rausbringen. Das muss man ja noch sehen. Ein Argument, was aber für New York spricht, es gibt einen Wertungsblock. Dafür gibt es bei New York keine Grammerleiste außenrum, also keine Zählleiste für Punkte. Die gibt es dann bei London. Deswegen brauchst du nicht unbedingt den Punktewertungsblock. Ich finde das aber schöner, wenn es einen Block hat. Und deswegen eher New York. Also für Leute, die es nicht gern haben, wenn Verbrauchsmaterialien dabei sind, dann doch lieber London. Ja, die London-Variante. Abschließend gebe ich dir recht. Also ich glaube wirklich, ob du das eine oder das andere spielst, das macht keinen großen Unterschied. Bei uns ist es jetzt so, es sind beide im Haushalt und da bin ich dann eher schon New York geschädigter. Du, London, weil du hast es ja gewonnen. New York ist ja auch deine Nemesis. Da ziehe ich ja immer nach und es funktioniert. Ich glaube, da hast du eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 20 Prozent oder so. Das ist ganz schreckliche Daten. Das zieht sich über alle Zukunftsspiele. Das hat nichts damit zu tun, in welcher Stadt oder auf welchem Plan. Apropos Stadt. Wir begeben uns in die Zukunft zu einem Spiel. Mal sehen, ob ich noch die Hintergrundstory zusammenbekomme. Und warum willst du dich abmühen? Nein, ich kriege das ja hin. Ein Asteroid ist auf die Erde gefallen und Leute bekommen Superkräfte. So weit, so gut. Nur bekommen nicht die moralisch gefestigten Leute die Superkräfte, sondern die Schurken. Und wir versuchen in dieser Welt als Normalos uns diesen Superbösewichtern zu stellen. Die Rede ist von einem Spiel, nicht von einem Spiel, von einem Roman von Brandon Sanderson und heißt The Reckoners. Und das Spiel heißt auch The Reckoners. Das war ein Kickstarter und das Spiel dazu wurde von Brad Sobel und Seth Van Orden designt. Und ist erschienen bei Nauwo Games. Gekünstelt haben Noah Edelman, Miguel Coimbra und Ian O'Toole. Ja, es sieht ganz gut aus, das muss man sagen. Mhm, ja. Und das Ganze funktioniert eben so, also der Oberbösewicht Stilhardt hat eben eine Gruppe von anderen Bösewichten um sich gescharrt und die besetzen bestimmte Bezirke in der Stadt. Das ist so eine Art Rundkurs für uns. Ja, es geht immer rundherum um die Stadt. Und wir müssen mit Würfeln eben, jeder hat seine eigenen Spezialisierungen in Würfeln, bekommt also irgendwelche Symbole besonders oft auf seinen Würfeln, je nachdem welchen Charakter man spielt. Mhm. Und durch Würfeln versuchen wir eben auch kooperativ zum einen diese Schurken zu besiegen, die da sind. Ja. Also man kämpft nicht direkt gegen Stilhardt, sondern erstmal gegen die anderen. Weil man muss erstmal die Schwächen von Stilhardt freilegen, um ihn bekämpfen zu können. Und das schaffen wir nur, indem wir die Unterweltbosse erstmal nacheinander ausschalten. Die haben auch noch menschliche Handlanger, die wir auch noch ausschalten müssen, ganz traditionell mit brachialer Gewalt. Ich hab schon gedacht, du sagst jetzt Bratpfannen, aber es war brachiale Gewalt, ja. Und wir müssen eben auch die Schwächen dieser anderen herausfinden oder sie mit brachialer Gewalt bekämpfen. Manche kann man nicht bekämpfen, bevor man nicht rausgefunden hat, was deren Schwäche ist. Und wir müssen Straßensperren durchbrechen. Wir können uns von einem Ort zum anderen bewegen, weil vielleicht sind wir mit den aktuellen Würfeln bei einem anderen Schurken jetzt besser aufgehoben. Ist auch vollkommen egal, weil jedes Mal, wenn wir einen besiegen, kommt dann ein neuer nach. Genau. Also man besiegt sie nicht weg, sondern man hat den Stadtteil nicht befreit, sondern da kommt immer einer nach. Man muss nur noch dafür sorgen, dass auch Steelheart so ein bisschen in Schach gehalten wird, weil... Der auch durch die Gegend streift, also der ist auch auf dem Rundkurs durch die Stadt unterwegs und da dann natürlich auch Chaos und Unordnung. Ja und auch je weniger wir seine Leute in Schach halten, desto mehr bauen sich seine Fähigkeiten auf. Die müssen wir eben klein halten, weil die sonst Unschuldige umbringen und Chaos stiften. Und uns auch entdecken irgendwann, also unsere Basis finden. Das müssen wir halt verhindern, weil es dann schlecht für uns. Da verliert man den Würfel und so weiter und so fort. Wir kriegen auch noch Geld und können uns noch weiter ausrüsten, mit denen wir dann ganz tolle Sachen machen können. Und das ist The Reckoners. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, nur es war zu leicht, haben wir danach festgestellt. Also wir haben von Anfang an Druck auf Steelheart und seine Leute gehabt und konnten das relativ gut in Schach halten. Jetzt muss man dazu sagen, du hast ja von den Schwächen geredet. Diese Schwächen sind aber relativ abstrakt. Also das ist jetzt nicht so, dass man wirklich eine Schwäche herausfindet. Das ist einfach nur ein Wert. Also man hat solche Lupensymbole, mit denen man dann den sozusagen beobachtet und dann irgendwann dabei halt einen Wert reduziert. Und wenn du den auf Null reduziert hast, hast du die Schwäche gefunden. Genau. Und dieses Null reduzieren führt eben dazu, was du dann gesagt hast. Bei dem einen ist es dann so, statt unbesiegbar wird er dann auf einmal besiegbar. Und je mehr Schwächen ich entdeckt habe, desto einfacher wird es dann für uns. Das haben wir zu viert gespielt und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das war auf normal zu einfach. Und es gibt ja angeblich noch eine Easy Mode, also der ja dann noch einfacher gewesen wäre. Ja, das ging halt recht gut. Wir haben halt schön die Gegenstände zu den Leuten verteilt, die am meisten damit anfangen konnten. Eigentlich die Stärken noch mehr verstärkt, womit wir halt viel schon automatisch machen konnten. Ja, auch sowas, was am Anfang ein bisschen dumm klang und Aua, das könnte wehtun ist, wenn unsere Basis entdeckt wird, dann müssen wir einen Würfel abgeben. Oder einer muss einen Würfel abgeben. Aber auch das hat nicht wehgetan, weil da hat man einen Würfel abgegeben. Dadurch hatte man zwar weniger Würfel zur Auswahl, die man dann einsetzen konnte, aber den hat man auch relativ schnell wiederbekommen. Also das tat nicht so weh, weh. Wenn ich denke an kooperative Spiele, dann ist es, dann tut es immer irgendwo weh. Dann hast du bei Robinson Crusoe, da tut es sowieso weh, weil du schlecht würfelst. Bei Pandemie, da bricht es da irgendwo aus und da, da tut es auch weh. Aber hier war das so. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück. Das kann durchaus sein. Wobei ich sagen muss, die Schurken-Illustration und die Schurken selber, die es ja auch alle in den Romanen irgendwo gibt, die fand ich echt schön. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die so ihre Eigenheiten, also den, der besonders schnell ist oder der eine, der aus Feuer besteht oder wie auch immer. Das waren ja eigentlich nur immer die gleichen Werte, die die hatten. Und die waren, dass die so unterschiedlich sind in ihren Fähigkeiten, hast du eben im Spiel gar nicht gemerkt. Es war eigentlich irrelevant, was da ist. Du hast nur geguckt, okay, wie viel Schwäche muss ich reduzieren oder wie viele Lebenspunkte hat er? Kann ich ihn überhaupt besiegen oder muss ich erst bei ihm forschen? Und das war's. Also du hast dich eigentlich gar nicht darauf konzentriert, was für ein Schurke das ist. Nicht nur das, was mir auch gefehlt hat, ist, wir haben das bei unserem guten Freund Patrick gespielt. Der hat sich das Ding über Kickstarter geholt und ist aufgrund dieses Kickstarters hat er sich auch die Bücher dazu geholt. Also der kannte die gesamte Welt hinten dran. Und das hat mir gefehlt, absolut. Also ich habe von dieser Welt gar nichts mitgekriegt, außer, ja, da gibt es diesen Superbösewicht und dann gibt es die anderen, die wir bekämpfen. Und irgendwann ist das Spiel vorbei. Also das fand ich auch ein bisschen schade, dass da nichts war. Also normalerweise hast du ja bei solchen Spielen dann durchaus, denk mal an Herr der Ringe, du ziehst eine Karte und da steht irgendein Flavortext durch, der dich ein bisschen in diese, ich habe ein bisschen Flavor gehabt zu meinem Charakter, aber das war's auch. Also das fand ich schade. Das ist irgendwo, vielleicht ist es in den Spielregeln drin und so weiter, aber während des Spiels fühlte ich mich nicht wirklich in diese Welt hineinversetzt. Wobei diese Welt ja eigentlich das ist, was das Besondere an dem Spiel ist. Das hatte ich ja glaube ich auch in dem Preview zum Kickstarter auf unserem Blog geschrieben, dass das eben diese Epics, diese Schurken, gegen die du mit normalsterblichen Menschen bestehen musst. Das ist halt das Besondere einfach an diesem Spiel und ich finde es wie gesagt ein bisschen schade, dass das nicht so rausgekommen ist. Ja, das ist genau das Gefühl, was ich höre. Es war halt nur ein kooperatives Spiel irgendwo. Nicht mehr und nicht weniger. Also. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, es hat auch Laune gemacht, das zu spielen, aber es fehlt halt ein bisschen was. Irgendwo die Thematik oder so wie du sagst, dass die Schurken vielleicht ein bisschen anders auch dargestellt sind, irgendwas anders machen. Es war halt alles generisch. Es war irgendwo jeder Schurke war generisch. Auch wir waren generisch in Anführungszeichen einfach nur irgendwelche Leute. Der eine kann halt gut schießen, der andere kann halt gut denken, der andere kann halt gut laufen oder so. Also. Also. Ja. Ein bisschen schade. Also da muss ich wirklich sagen, schade, dass man da in der Thematik das ein bisschen versaubeutelt hat. Wobei es, also ich schon Lust hätte, das nochmal zu spielen. So ist es nicht. Nö, nö, nö. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also so eine abschreckende Wirkung war das nicht. Ich weiß aber auch, dass es ein Riesenaufwand ist, das Ding wohl aufzubauen. Das war schon aufgebaut als den großen Vorteil. Möchtest du die Romane jetzt lesen? Ähm, nee. Ich habe von Brandon Sanderson andere Romane, die ich jetzt erstmal lese. Und wenn ich die vielleicht durchgelesen habe. Was liest du denn? Das sind die Nebelchroniken oder sowas. Was heißen die? Ich weiß nicht, wie diese Triologie heißt. Aber da bin ich gerade am Lesen. Und dann muss ich auch noch in Klaus Täuber seinen Weg nach Katan zu Ende lesen. Der hat Stimmen gehört als Kind. So viel weiß ich schon, ne? Also in seinem Buch. Er hat als Kind Stimmen gehört. Reingespielt, der Literaturpodcast. Ja, den gibt's dann in einer Sondervor. Reden wir dann mal über Klaus Täubers Weg nach Katan. Wir müssen wir noch einen Lesekreis uns organisieren, ne? So wie man's ja kennt. Wir reden jetzt aber erstmal über Obscurio. Oh, den Nachfolger von Mysterium. Könnte man sagen, oder? Könnte man sagen. Auf alle Fälle ist es der gleiche Verlag, nämlich Liebelud. Ja, und es ist nicht ein Autor, sondern es ist ein Autoren-Team, das sich Latelier nennt. Ja. Und die Künstler sind diverse, die auch schon bei Mysterium mitgekünstelt haben. Und warte mal, Mysterium ist doch auch eigentlich ein geistiger Nachfolger von Dixit. Könnte das Obscurio dann nicht auch sein? Du stellst heute komische Fragen. Ja, ich weiß. Ja, Obscurio ist eben so ein Bild-Assoziationsspiel, bei dem es einen Verräter gibt. Also wir sind Zauberschüler, die in einer düsteren, obskuren, könnte man sagen, Bibliothek gefangen sind. Und wir wollten ein Buch klauen, ganz dumme Idee. Jetzt ist der Hüter der Bibliothek, der Oberbibliotheker oder was auch immer. Das Oberwesen, das obskure Oberwesen. Ist hinter uns her, will uns nicht gehen lassen und gefangen halten, bestimmt ganz schlimme Dinge mit uns tun. Und wir müssen eben den Weg aus dieser Bibliothek finden, haben aber einen Verräter in unseren Reihen. Nicht nur das, wir haben auch einen Helfer in unseren Reihen. Ja, also ein Spieler, der hat die, so ähnlich wie beim Mysterium, der Geist, hat hier die Aufgabe, das Grimoire zu spielen. Das Buch, was wir bei uns tragen, was auch aus dieser Bibliothek raus will offensichtlich. Ja, und das macht mir Gedanken. Also ist es vielleicht ein böses Buch, was raus will in die freie Welt, weil da es jetzt endlich Terror und Tod verbreiten kann? In dem Fall für uns ja relativ egal, es hilft uns zu entkommen. Und zwar funktioniert das so, also man hat auf dem Spielplan so sechs Felder, an die runde Karten angelegt werden können. So Bildkarten mit diesen typischen Mysterium-Dixit-Illustrationen drauf. Die schön aussehen, aber nichts aussagen. Ja, und die können da wie gesagt angelegt werden, aber nur eine ist die richtige. Und zwar zieht das Grimoire, die guckt die sich an. So ganz heimlich auch. Ganz heimlich, ja. Dann darf das Grimoire zwei weitere Karten zufällig ziehen und auf seine Seiten legen. Also es zeigt uns die und markiert dann bis zu zwei Dinge auf diesen Bildern. Und da müssen wir jetzt mal handfest werden, ansonsten wird das hier, uns fehlt ja hier in diesem Podcast das visuelle Element. Und wir nehmen mal an, du als Grimoire hast jetzt einen Drachen gezogen. Also eine Abbildung mit einem roten, feuerspuckenden Drachen. Mit glühenden Augen. Genau. So und jetzt siehst du zwei weitere Karten. Auf der einen Karte ist jetzt eine Unterwassersiedlung zu sehen, ein gesunkenes Schiff auch genannt. Und auf der anderen Seite hast du einen Gnom mit glühenden Augen. Dann könnte ich die glühenden Augen vielleicht markieren. Markieren, möglicherweise noch irgendwas anderes, was vielleicht eine ähnliche Farbe oder Form hat, was auch auf dieser Drachenkarte vorkommt. Wenn ich nichts anderes finde, reicht es aber auch für mich die glühenden Augen zu markieren. Oder auch gar nichts zu markieren, um zu sagen, nichts von diesen beiden Karten. Und vielleicht sollte man auch nochmal sagen, diese beiden Karten, die du dann da hinlegst zu markieren. Das ist zufällig. Die ziehst du wirklich, das kannst du nicht bestimmen. Es könnten also auch beides zwei Wasserkarten sein, die keine Details haben oder so. Ich kann aber auch eine ganze Karte markieren, um zu sagen, diese ganze Karte, die stimmt sowas von damit überein. Wenn du einen Drachen ziehst, der Feuer spuckt, mit glühenden Augen, aber grüne Schuppen hat, könntest du ja sagen. Das gibt es zwar nicht, aber sowas in der Art halt. Oder die gesamte Farbstimmung von dieser Karte, die passt oder sowas. Jetzt kommt aber ja der Verräter ins Spiel. Ja, dann dürfen nämlich alle Leute, also wenn man die sich angeguckt hat, alle Zauberer und der geheime Verräter unter diesen Zauberern, können sich das dann schon mal angucken und schon mal so ein bisschen diskutieren. Dann werden Augen, also was das denn bedeuten mag, was das Grimoire da so. Ja. Dann schließen alle die Augen und der Verräter darf dann die Augen aufmachen und das Grimoire zeigt ihnen dann so ein Faltding mit acht weiteren Karten drin. Und nun kann der Verräter jetzt heimlich so mit Handzeichen bestimmen. Karte Nummer drei, die hätte ich gerne mit in der Auswahl dieser Tür-Illustrationen, die nachher da liegen werden. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das dann mit Hand, also man sollte nicht sagen als Verräter drei. Dieter. Dieter, richtig. Das wäre sehr schwierig. Und was wir auch schon festgestellt haben, ist im Verräter-Part, dass der böse Patrick, mit dem wir ja vorhin Dragoners gespielt haben, der hat ständig, also ich war Verräter in der einen Runde, und da hat er ständig mit mir über Star Wars geredet. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du als Verräter gleichzeitig die Augen auf hast, dir da irgendwas ausdenken musst, mit die Karte da bitte zeigen und gleichzeitig noch über ein anderes Thema reden musst. Damit man ja sieht, ah, der rede ich ja trotzdem mit mir, also müsste vielleicht jemand anderes der Verräter sein und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall kann der Verräter so bis zu zwei ähnliche irreführende Karten in die Auswahl bekommen. Dann wird aufgefüllt bis auf sechs und also alle machen ihre Augen zu, das Grimoire füllt bis auf sechs Karten auf. So, dass es dann die eigentliche Zielkarte, die zwei Verräter-Karten und noch drei zufällig gezogene Karten vom Stapel hat, die dann auf diesen sechs Türen verteilt werden. So, und jetzt läuft die Uhr. Alle haben wieder die Augen auf, die Uhr läuft. Jetzt wird diskutiert, welche Karte soll das denn jetzt sein? Welche ist die richtige? Mit diesen Hinweisen, die man da ja auch noch sieht. Und der Verräter versucht natürlich gut zu argumentieren, warum vielleicht diese eine Karte doch besonders hilfreich ist. Der eher ausgebildet hat. Ja, vielleicht. Er kann natürlich auch andere Dinge tun, weil es müssen sich nicht alle auf die gleiche Tür einigen. Also man kann sich durchaus verteilen auf verschiedene Türen. Und für jede falsche Tür verliert man dann einen Zusammenhaltsmarker. Und von denen gibt es halt nicht unendlich viele, sondern die sind dann auch irgendwann aufgebraucht und dann kommt eine Anklagerunde, wo es dann heißt, wer ist denn der Verräter? Und vor allem nähert man sich als normaler Zauberer dann dem Verlierten. Ja, ganz genau. Die Partie schaffst du nicht mehr. Das müssen wir ein paar Mal schaffen, wenn auch nur einer auf der richtigen Tür steht, dann kommt man eben einen Raum weiter. Diese Marker, die dann aber für die falsche Tür genommen werden, die legt man dann auch bei demjenigen ab, der falsch gestanden hat. Also man weiß genau, wer falsch gewählt hat. Im Idealfall bringst du natürlich jemand anderen dazu, die falsche Tür zu wählen als Verräter. Also weil natürlich man dann hingeht und sagt, wenn jetzt die Anklagerunde kommt, schaut man sich an, wer hat denn die meisten falschen Marker. Das ist ja höchstwahrscheinlich, dass das vielleicht der Verräter ist. Oder auch nicht. Aber ein guter Verräter sollte natürlich hingehen und die Leute eher so beeinflussen, dass er sagt, pass auf, du gehst da hin, ich gehe da hin und dann passt das. Und dass das irgendwie vielleicht entweder gleichmäßig aufgeteilt ist, dass man es immer noch nicht weiß oder eben ein Unschuldiger dann angeklagt wird. Jetzt habe ich ja gesagt, die Zeit läuft. Es gibt so eine Sanduhr dabei noch. Also solange bis alle sich entschieden haben, zu welcher Tür gegangen wird, läuft eben so eine Sanduhr und die dreht man dann immer schön weiter um, immer so ein Feld weiter. Und das sind nämlich auch noch Fallenkarten, die noch dazukommen, so Fallenplättchen pro Runde. Also mindestens eine Falle wird auf jeden Fall gezogen. Die machen es dann nochmal schwieriger, weil dann kann es sein, dass irgendwelche Sachen auf diese Karten auf dem Grimoire-Seiten gelegt werden, die das nochmal leichter erkennbar machen. Oder dass statt sechs Karten sieben Karten ausliegen. Oder dass Karten nicht gleichzeitig alle aufgedeckt werden, sondern nacheinander. Und man muss sich bei jeder aufgedeckten Türkarte entscheiden, nehme ich die oder warte ich noch weiter. Und das macht es halt unheimlich schwer für die Zauberer überhaupt die richtige Karte zu finden, selbst ohne, dass der Verräter in irgendeiner Form einwirkt. Manchmal ist es auch so, ich war relativ oft Verräter, muss ich ehrlich zugeben. Und ich musste nicht oft wirklich eingreifen, weil, und das ist eine Schwäche des Spieles, finde ich, irgendwo, dass, ja, das Grimoire weiß, worauf es ankommt. Es kann es aber nicht wirklich steuern, welche Karten ich jetzt denn da hinlege. Also es kann, wir hatten Runden, da ist es einfach, da hast du diesen feuerspeienden Drachen und dann sagst du auf deiner Karte, hier, da, Drache. Und dann ist es der einzige Drache, der in diesem Sechserbruch liegt. Da kannst du als Verräter, du kannst dir den Mund fusselig reden mit, ja, aber vielleicht meint sie dann den Frosch, da, den da, da, das da, leg doch mal einer da was hin. Weil es ist eindeutig, dass es nur diese Tür sein kann. In anderen Runden ist es aber so, funkelnde Augen. Überall. Überall. Und dann, ja, da haben wir funkelnde Augen, ja, aber vielleicht meint sie auch die Farbe dieser Augen und vielleicht ist ja das da. Dann hat man drei oder vier Karten, die passen und das sind die, die zufällig nachgezogen werden. Das sind noch nicht mal die, die der Verräter ausgewählt hat, weil der sich denkt, ja, passt schon. Das kriegen wir sowieso, mindestens einer geht sowieso falsch raus. Und diese große Zufallskomponente, finde ich, macht es extrem schwierig, das zu bestehen. Wir haben es nur einmal richtig, also wir haben es nur einmal geschafft, rauszukommen. Und da haben wir es falsch gespielt gehabt, weil, Kritikpunkt. Da hatten wir zu viele Zusammenhaltsplättchen ausliegen. Das kam aus den Regeln nämlich nicht wirklich hervor, wie denn der Vorrat an diesen Zusammenhaltsplättchen. Oder wir waren zu doof, um das richtig zu lesen. Nein, es kam aus den Regeln nicht richtig hervor, darauf bestehe ich. Es war, also da hätte man durchaus nochmal ein Beispiel anbringen können mit, hey, ihr spielt zu dritt, also ist das und das die Anordnung, wie es ist. Wir haben dann nochmal nachgeschaut und dann festgestellt, weil es halt zu einfach war. Es waren einfach zu viele Plättchen, die wir insgesamt hatten. Ja, du hast nicht nur dieses, mit wie vielen Spielern spielst du, sondern du hast auch dieses, welchen Schwierigkeitsgrad willst du spielen. Je nachdem hast du halt eine andere Zusammensetzung an Plättchen. Und da haben wir es erst einmal nur richtig gemacht. Dann muss man noch sagen, wenn diese Abstimmungsphase kommt, wer denn der Verräter ist. Es geht so lange, bis der Verräter gefunden ist und für jede falsche Anklage verliert man auch nochmal Zusammenhaltsplättchen. Und sobald der Verräter gefunden ist, ist das noch nicht vorbei, sondern dann muss man immer noch entkommen. Der Vorteil ist, der Verräter muss nicht mehr leise sein bei der Auswahl des Buches dann. Also der spielt trotzdem noch weiter mit und sagt dann, drei und vier nimmst du dann. Also wenn er diese Karten auswählt vom Griechenland. Vielleicht sollte er schon leise sein, weil dann wissen die anderen nicht, wie viele er ausgewählt hat, weil er muss ja nicht. Ja, muss er nicht, aber es gibt auch nichts mehr zu gewinnen. Also andersherum, der Verräter versucht natürlich ab diesem Zeitpunkt wirklich konsequent gegen die Gruppe zu spielen. Das kann er ja aber nicht mehr mit Argumentation. Nee, kann er nicht mehr mit Argumentation, aber er kann dann eben durchaus die Karten sagen, hier komm, mach das und das. Und er kann durchaus natürlich noch als Stimme aus dem Off sagen, seid ihr euch sicher, dass das so, also ein bisschen Verunsicherung kann er noch reinstreuen. Die Zauberer müssen aber immer noch entkommen. Richtig. Und wenn das relativ früh passiert, also du hast die richtige Tür bei den ersten paar Runden nicht gefunden, bist noch relativ weit vorne, dann hast du eigentlich kaum noch eine Chance. Plus es kommt noch hinzu, im letzten Raum darfst du nicht miteinander reden. Ein leiser Raum. Es kommen ja auch noch, wie gesagt. Schweigefuchsraum. Es gibt ja diese Fallenkarten, die total doof sind. Also wenn du dich daran erinnerst, dass wir ja diese eine, die finde ich besonders schlimm, die du ja auch hattest, mit du ziehst eine Karte und du musst dich dann entscheiden, ob du diesen Raum nimmst. Hab ich ja gerade schon mal gesagt. Und die finde ich richtig schlimm, weil in der einen Runde hatten wir diese Karte, also ich als Verräter fand die total toll, dass die gekommen ist. Nur der Punkt ist dann so, ja das und das wurde gelegt. Dann wurde die erste Karte, nee, 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 das passt nicht. Und bis zur sechsten und dann, ja jetzt muss ich ja die sechste nehmen, aber die passen alle irgendwie nicht zu dem, was da hat. Und wichtig ist auch, wer das Grimoire spielt. Schönen Gruß an Marc da draußen. Ja, ja, das war sehr lustig. Ich war zwei Runden lang, glaube ich, Grimoire. Dann hat der Marc gesagt, du machst das total falsch und wieso mimmst du immer so komische Hinweise? Was soll das überhaupt? Und du machst das ganz doof. Ich mache das viel besser, lass mich mal. Dann hat Marc das bekommen und Marc hat eine Eigenschaft, dass der nämlich so auf kleinste Details achtet. Also wenn in dem Auge des Drachen, die rot leuchtend sind, ein kleines grünes Schimmern zu sehen ist, dann meint er das. Und so ging das ganz, ja, dass wir am Ende dann bei dieser Runde, also wir sind gescheitert, wir sind nicht rausgekommen, dank Marks Hilfe. Weil wahrscheinlich Marc als Grimoire auch noch der Verräter war. Das geht nicht. Ich habe, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das geht. Und weil er halt ganz andere Sachen da gesehen hat. Ja, hier guckt mal, die Gratlinigkeit des Schwertes, meinte ich, die da ist mit dem Gratlinigkeit des Schwimmbeckens. Und wie gesagt, du hast das Schwert gezeigt und da sind jetzt drei Karten, wo ein Schwert zu sehen ist. Was willst du mit der Gratlinigkeit? Also, das macht es schwierig. Ich persönlich, ich mag ja solche Assoziationsspiele nicht wirklich. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, du schuldest uns immer noch ein paar Team Mysterium. Ich weiß. Aber unter diesen ganzen Dixit, Mysterium und Obscurio gefällt mir bis jetzt Obscurio am besten, weil es eben zum einen diesen Verrätermechanismus drin hat und zum anderen finde ich das von der Spielidee halt ein bisschen besser, lustiger. Auf der anderen Seite ist es aber durch diese zufälligen Karten, die da gezogen werden und dass du eigentlich auf gar nichts spielen kannst, total chaotisch. Also, du kannst wirklich einfach nur verlieren. Selbst wenn der Verräter in der ersten Runde schon fest steht, so ungefähr, kannst du trotzdem verlieren, weil die Karten einfach nicht auf deiner Seite sind. Das muss man einfach sagen. Und dazu kommt, dass du nach einer Weile alle Karten gesehen hast. Also, der Kartenstapel ist jetzt auch nicht besonders hoch, groß. Ja, der geht ja auch relativ, du hast ja einen schnellen Durchsatz. Ich meine, wenn du ja jedes Mal sechs Karten hast, die du da auslegst. Plus zwei in den Seiten. Das ist schnell durch. Was richtig gut ist bei dem Spiel, also die Schachtel ist sehr schwer und der Produktionsstandard, also die Pappe, die verwendet wird, ist sehr stark. Also, dieser Halter, den das Grimoire hat mit den zwei Seiten, wo die reingelegt werden und Hinweise markiert werden, der ist auch noch magnetisch und die Marker auch, sodass man das auch mal rübergeben kann, ohne dass die Marker halt sich verschieben und was anderes markieren. Also, da ist schon durchaus gut mitgedacht worden. Deswegen bleibe ich trotzdem dabei, unter diesen ganzen Spielen, Obscurio ist mein Liebling, aber ich werde kein Freund von diesen Spielen werden. Also, ja. Jetzt im Moment ist das ja sowieso schwierig, weil du ja mindestens drei sein musst. Mit mehr Leuten macht's ja mehr Spaß. Das ist richtig. Das ist also zu ab dreit. Also, ich glaube, zu zweit kann man's auch irgendwie spielen. Ja, man kann's zu zweit spielen, aber das ist mehr so eine Helpsvariante. Also, vier bis fünf sollte man schon sein. Ja, ja. Ich glaube, da fünf wäre auch aus meinem Bauchgefühl. Wir haben's leider nie zu fünft gespielt, sondern immer nur zu viert. Aber fünft ist so vom Bauchgefühl her der richtige Hotspot, wo es hingehen sollte. Auch die Sache mit der Uhr. Finde ich auch ein toller Mechanismus mit, ja, diskutierst du, solange du willst und die Uhr tickt halt weiter und damit gibt's eine Fallenkarte nach der anderen. Auch ein schöner Mechanismus, den du als Verräter durchaus ausnutzen kannst. Das ist Obscurio von Liebelut. Im Deutschen bei Asmodee erschienen dann auch. Ja. Dann geht's weiter. Sind wir weiterhin Obscur oder? Big Dick. Big Dick. Das große Graben. Ja, da hatte ich gesagt, da müssen wir gleich am Anfang vom Jahr zehn Partien mal wegspielen. Und die haben wir auch weggespielt, ne? Ich glaube, du hast deine Challenge erledigt. Das haben wir hintereinander weggespielt. Ist ein Roll and Ride. Und vielleicht sollten wir den Leuten auch noch sagen, von wem das Ganze ist. Es ist auch von Tasty Minstrel Games, also TMG ist das erschienen. Das ist eigentlich schon vor zwei Jahren erschienen. Da hatten wir das mal auf der Messe gesehen. Entwickelt hat das Ganze Sean Graham und Scott Huntington. Und es ist Tasty Minstrel Games. Entschuldigung für diesen Versprecher. Ja, Artist gibt's auch welche. Aber da gibt's nicht viel Artist drin. Was mache ich? Ich ziehe Karten, also es werden Karten aufgelegt. Und ich suche mir eine dieser Karten aus. Und das hat diese klassischen Tetris-Muster. Und dann grabe ich unten in der Erde. Ein Flip and Ride. Ja, Flip and... Ja. Ja, es gehört zu der Kategorie Flip and Ride. Aber du ziehst halt ja nicht wie bei Welcome to von einem Kartenstapel nach. Sondern es ist eher so ein bisschen wie bei Silver and Gold, dass die Karten ja da liegen. Nur wenn sie verbraucht wurden, drehe ich die Karte halt um. Also zum Beispiel habe ich auf den geraden Tetris Vierer, wenn ich den umdrehe, den Vierer Quadrat auf der anderen Seite. Und dann gibt's verschiedene Aufgaben, die ich erfüllen möchte, muss und so weiter und so fort. Und der, der als erstes die erfüllt hat, abgekreuzt hat, unter sich in der Erde, der gewinnt das Spiel. Und es gibt einen Startspielervorteil. Bei einer Karte. Also es gibt Zielkarten, wo es wirklich einen Startspielervorteil gibt, wenn diese Karten kommen, weil die Playerboards sind alle gleich aufgebaut. Also da gibt's keine Varianz oder sowas, sondern jeder hat das gleiche Playerboard, damit auch die gleiche, ja, Verteilung der Schätze und so weiter, die ich erreichen möchte. Und es gibt halt Zielkarten, wo es dann heißt, zerhaue drei Steine. Ja, und das wird der machen, der Startspieler ist, weil jeder ja drei Steine irgendwie zerhaut. Und das haben wir dann halt mal ausprobiert und festgestellt, ja, sobald diese Karte drin ist, gewinnt der Startspieler, egal was du machst. Deswegen haben wir ja auch so viele Partien hintereinander weggespielt, weil wir das ausprobieren wollten. Richtig. Ansonsten ist es, sag ich mal, relativ unspektakulär, würde ich mal so behaupten. Du hast halt, da jeder die gleichen Ziele hat und alle Karten gleich sind, kommt man halt wirklich relativ ähnlich schnell an seinen Zielen an. Es sei denn, man verguckt sich und übersieht irgendwo was. Ja. Aber das führt halt auch dazu, dass es diesen Startspielervorteil gibt. Es hört halt nicht nach der Runde auf, also der andere hat nicht nochmal die Gelegenheit, was zu machen, sondern in dem Moment, wo einer alle Ziele erfüllt hat. Ja. Und daher gibt es den teilweise nicht nur mit dieser einen Karte, wo man Steine zerhaut, diesen Startspielervorteil, sondern tendenziell bei allen Aufgaben. Leider Kategorie nicht so doll als Roll and Ride. Also es ist jetzt, ich meine, wir mögen ja gerne Roll and Ride und die landen ja auch sehr oft auf dem Tisch, aber Big Dick ist weg. Also das lohnt sich nicht mehr weiterzuspielen, weil... Das wäre höchstens nochmal was für die Kinder, wenn die das mal versuchen wollen, weil es doch relativ einfach ist. Also es gibt nicht viele Regeln, außer du musst diese Form einzeichnen. Ich habe sogar noch mit dem Advanced Mode am Anfang gespielt, dass ich die Formen noch nicht mal gespiegelt habe, sondern immer so, wie sie waren, eingezeichnet habe und auch das hat funktioniert. Ja, aber es ist trotzdem, also das ist ein Roll and Ride, wenn ihr das links liegen lasst, habt ihr nichts verpasst. Also das muss man nicht spielen. Schade eigentlich, weil damals, als wir das erste Mal gespielt hatten, 2018, wo sie nur so eine Handvoll Exemplare da hatten, da waren wir eigentlich ganz angetan von dieser ersten Probepartie mit. Oh, das hat ja ganz Spaß gemacht. Wollten eins kaufen und 2018 auf das Spiel hatten sie es nicht. 2019 hatten sie es da und da war dann noch diese Verklärung von einem Jahr zuvor. Oh, das hat ja Spaß gemacht. Dann haben wir es uns gekauft, haben das dann zu Hause ein paar Mal gespielt und haben festgestellt, ja, nö, dann eher doch nicht. Also das war ein Kauf, den hätte man sich schenken können. Ja, ist aber so. Manchmal weiß man es ja nicht. Dann haben wir gespielt Marvel Champions. Das Kartenspiel. Auf Englisch von FFG erschienen bei Asmodee, aber nicht auf Deutsch. Das ist der große Knackpunkt dabei. Entwickelt hat es Michael Box, Nate French und Caleb Grace. Künstler diverse. Es ist ein Kartenspiel von FFG, da war die ganze Kunstabteilung involviert. Es ist, wie gesagt, ein Kartenspiel mit vorgefertigten Decks, wobei es noch so Aspekte gibt, also man hat die typischen Marvel-Helden, sowas wie Spider-Man, Iron Man, Iron Man, She-Hulk warst du und... Captain America, glaube ich, war er. Ja, ich glaube ja. Ja, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ich weiß, Spider-Man war dabei, ich war She-Hulk und du warst Iron Man, weil du ja erst deine Ausrüstung zusammenkriegen musstest. Egal. Auf jeden Fall kann man dann in diese Heldendecks noch bestimmte Eigenschaften reinmischen, sowas wie Aggressiv oder Anführer, also da gibt's so Aspekte, die dann nochmal bestimmte Karten mit reinbringen. Dann ist das Deck fertig gebaut, wenn man die ineinander gemischt hat. Und dann muss man eben gegen einen der Schurken, die es da auch gibt, also es gibt verschiedene, gegen die man spielen kann, antreten. Ja, wir haben das jetzt zu viert versucht. Und sind zu viert gescheitert. Ja. Grandios. Ganz toll und mit wehenden Fahnen untergegangen. Ja, ich weiß, dass einige da draußen auf das Spiel voll abfahren. Und es hat ja auch gewisse coole Aspekte drin. Also man wechselt immer zwischen seinem Heldendasein und seinem alter Ego, dem Normalo. Und je nachdem, wen man da hat, spielt man halt unterschiedliche Karten durchaus aus. Lust, dass ein Schurke dich nicht angreift, wenn du gerade in deinem älter Ego bist. Weil er ja nicht weiß, dass du bei Iron Man ziemlich unglaubwürdig, weil ich ganz bald weiß, dass Tony Stark Iron Man ist. Es sind ja auch schöne Sachen. Ich meine, bei Tony Stark, was ich ja schön fand. Und auch bei Captain America macht das keinen Sinn. Das ist auch richtig. Aber der Punkt ist bei, und auch bei She-Hulk auch nicht. Ich meine, die ist auch als Anwältin, ist She-Hulk grün. Also auch da weißt du, dass das wohl zusammenhört. Der Einzige, bei dem das funktionieren könnte, ist also Spider-Man. Aber es ist halt spieltechnisch so. Richtig, was ich ja auch schön fand, was ich sagen wollte, war ja, dadurch, dass du Iron Man gespielt hast, dass du am Anfang nichts konntest eigentlich. Kann ja nichts, bin ja nur ein reicher Typ mit irgendwelcher Technik. Ganz genau, und du dann immer mächtiger wurdest, je länger das Spiel dann gegangen ist. Aber, was wir halt nicht gepackt haben, ist, man hat halt, wenn du jetzt wieder auf The Reckoners gehst, du hast halt diesen Oberbösewicht und jeder einzelne Held hat halt einen seiner klassischen Gegenspieler, so ungefähr. Also Captain America hat dann zum Beispiel Red Skull drin, Tony Stark hat irgendeinen anderen aus dem Tony Stark-Universum drin, Spider-Man hat dann zum Beispiel Dr. Octavius drin und so weiter und so fort. Und auf die treffen wir auch noch und die behindern uns halt wirklich vom Spieltechnischen her, dass ich eben nicht meine... Black Panther war es, siehst du, er war nicht Captain America, aber er war Black Panther, weil er dann nicht seine Fähigkeiten ausspielen konnte. Auch die ganze Welt weiß, wer Black Panther ist. Nein, das wissen nur die im Black Panther-Land. Wakanda. Ja, sag ich doch, im Black Panther-Land. Wakanda, du kennst dich echt null aus, kann das sein? Ich kenn mich absolut genial im Marvel-Universum aus. Aber da ist es dann halt so, dann hast du eben, diese Gegenspieler kommen auch noch und die erhöhen den Threat, also die Bedrohung immer wieder, die müssen wir auch abbauen. Das Problem ist, die kriegen wir aber nur abgebaut, wenn wir eigentlich in unserem Alter Ego sind und nicht in unserem Helden-Teil. Das Problem ist, das war für uns eine Erstpartie und wir haben, da braucht man ja erstmal das Spiel zu verstehen, um was es geht. Ja, du musst ja auch die Kombination in deinem Deck erstmal finden und du kannst Karten dazukaufen und dafür brauchst du aber Karten, die von der Farbe her passen und den richtigen Wert. Und du kannst, glaube ich, in der Erstpartie, besonders wenn es kooperativ ist und du jetzt so eine Karte auf der Hand hast, die dann sagt, ja, der andere kann irgendwie was jetzt machen. Und du weißt ja nicht, macht das jetzt überhaupt Sinn, den das jetzt machen zu lassen, weil du ja eigentlich auch noch das andere Deck kennen müsstest, um zu wissen, hat der da im Moment was liegen, mit dem er jetzt was Sinnvolles tun kann oder nicht. Und daher ist es halt auch kein Spiel, was du einfach mal so zwischendurch spielen kannst. Das ist eben der Unterschied zu anderen LCGs von FFG. Ein Star Wars LCG, da kann ich ein Deck zusammenbauen, gebe dir das in die Hand, erkläre das und das ist die Grundmechanik, die dahinter steht und du kannst einfach losspielen. Du musst das Deck nicht kennen in dem Sinne, sondern du kannst einfach reagieren auf das, was dein Deck da bringt. Während bei dem Marvel, das fand ich schon sehr schwierig. Also nicht vom Spieltechnischen her, sondern wirklich, was macht das jetzt? Also da hast du Karten auf der Hand gehabt, spiele ich die jetzt aus, spiele ich die jetzt nicht aus, mache ich damit das? Benutze ich die, um irgendwas anderes zu bezahlen? Was mache ich mit dieser Karte an sich? Dann irgendwann später im Laufe des Spiels hast du gedacht, oh, dafür wäre die richtig gut gewesen. Da hätte ich das mal früher gewusst, dass das, aber das macht es halt schwierig für Neueinsteiger. Da reinzukommen. Plus, dass es noch drauf ankommt manchmal, welche Karte oben auf deinem Ablagestapel liegt. Ja, ja. Besonders bei mir war das relativ häufig der Fall, weil ich da irgendwie nochmal drauf zurückgreifen konnte. Das hat's manchmal... Wann drehst du um? Also wann gehst du vom Held wieder ins Normale? Ja, das beeinflusst deine Handkartenzahl. Wann gehst du von ins Normale in den Heldenmodus wieder zurück und so weiter? Das war eine schwierige Erstpartie, deswegen haben wir es auch nicht geschafft. Also im Gegensatz zu The Reckoners schwierig. Ja. Auch in der Einstiegspartie. Vielleicht ist auch eine Einstiegspartie mit vier verschiedenen Helden jetzt nicht unbedingt das Beste. Also mit vier Leuten. Vielleicht ist das eher sowas, was du dir zu zweit oder solo besser erarbeiten kannst. Ich glaub schon. Ich glaub, es wird ein gutes Solospiel sein, hab ich ein bisschen das Gefühl. Also dass du dir... Mittlerweile kannst du ja auch andere Decks nachkaufen. Dann kaufst du dir einen Thor noch dazu oder einen Captain America und... Kann ich mir einen Vision dazu kaufen? Weiß ich noch nicht. Der ist auf dem Cover drauf. Ja, nur weil er auf dem Cover drauf ist, heißt das ja nicht, dass der da drin ist, ne? Captain Marvel. Ja, die ist auch drin. Also die ist in der Grundbox drin, das weiß ich. Aber genau das ist es. Wenn ich mit dem einen durch bin, gegen einen Feind zu kämpfen, nehm ich mir den nächsten. Und ich kann ja auch die Feinde kombinieren. Also ich kann ja durchaus sagen, hey, gegen Rhino war jetzt der Captain America sehr simpel. Ich versuch's jetzt mal vielleicht mit einem Spider-Man oder sowas. Also mit einer anderen Kombination, um zu sehen, krieg ich den geknackt oder nicht geknackt. Das kann ja dann durchaus schwieriger oder einfacher sein. Was ich jetzt nicht einschätzen kann, ist wie hoch da der Glücksfaktor ist, wann du... Also ob du auf bestimmte Karten tatsächlich angewiesen bist, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen sind. Ob die Reihenfolge deiner Karten im Deck jetzt irgendwie... Ja, bestimmt negative Aussagen, wenn die nicht richtig liegen. Ich hatte ja als Ski-Hulk eine Karte mit, ich mach so viel Schaden, wie mein... Mir Leben fehlt. Mir Leben fehlt. Diese Karte, wenn du die am Anfang kriegst, wo dir nur zwei fehlt, ist die natürlich nichts wert. Krieg ich die später, wo ich dann vielleicht 10 oder 20 oder 50 oder 100.000 Lebensschaden hast du nicht, weil dann bist du tot. Dann bringt die mir natürlich unheimlich viel. Und da ist dann halt auch dieser Glücksfaktor durchaus vorhanden. Der Glücksfaktor ist auch vorhanden beim Aufdecken der Gegnerkarten. Also jede Runde werden auch Gegnerkarten aufgedeckt aus dem Gegnerdeck. Aha, wer hätte es gedacht. Und das können Dinge sein, wo dir nichts passiert. Es kann aber auch sein, dass du angegriffen wirst oder dass noch schlimmere Sachen passieren. Ja, und die dann aufeinander stacken und dann wieder du von, hey, ich glaube, das war ja auch in der Partie, boah, sieht ja alles noch ganz gut aus. Dann werden irgendwie zwei Karten aufgedeckt vom Gegner. Bumm, 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 bumm. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen was machen beim Thread, weil jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Das dauert nicht lange. Und das war ja auch bei uns so, dass du dann durchaus mitzählen konntest, dass du dann gesagt hast, okay, der ist auf diesem Level. Du wirst noch drankommen. Du wirst noch drankommen und wenn ihr beiden das nicht schafft, das herunterzubringen, dann werden wir verlieren. Also da ist schon ein bisschen Frustration mitgeschwungen, so ungefähr. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es auch genau andersrum sein kann, dass du totales Glück hast, dass diese Karten in genau der richtigen Reihenfolge kommen, dass du gut vorbereitet bist, bis die Sachen kommen, die dir wirklich wehtun. Man weiß es nicht. Würdest du es nochmal spielen? Nicht zu viert. Gebe ich ganz offen zu. Also wenn ich das nochmal spielen würde, dann wahrscheinlich mit dir zusammen. Also eher zu einst. Zu zweit. Zu zweit. Glaube ich auch. Also ich glaube, mir geht es genauso. Zu dritt oder zu viert würde ich es jetzt nicht unbedingt spielen. Ich würde es mir auch wahrscheinlich eher ein bisschen alleine beibringen. Also wirklich das alleine erkunden der Decks, um zu sehen, wie spielt sich denn der einzelne Charakter oder so. Da bin ich dann bei dir. Dann haben wir noch eine schnelle Runde Quix gespielt. Immer wieder gut. Also da sagen wir nur Quix. Steffen Bendorf. NSV Verlag. Ne, ist ja nicht der NSV Verlag. Der NS Verlag. Oder der Nürnberger Spiegelkarten Verlag. Ich glaube NS Verlag zu sagen ist nicht so gut. Ja, ich habe mir diesen Namen nicht ausgedacht. Ne, aber Quix macht immer wieder Spaß. Spiele ich auch immer wieder gerne. Ein Roll and Ride. Mehr glaube ich brauchen wir dazu auch nicht sagen. Also ihr kennt es ja von uns, dass wir diese Quirr-Reihe dann doch schon relativ gut finden. Dann wurde es etwas schwieriger als Quix, aber auch mit Würfeln. Schwieriger? Was wurde denn schwieriger? Ich sagte schwieriger. Ja, das können wir gerne zurückhören. Aber was haben wir denn gewürfelt danach? Trismegistus. Das wurde nicht nur schwieriger, das wurde auch auerhafter im Kopf. Von Frederico Pielorenzi, Daniel Taskini und gekünstelt haben Pavel Niziolek und Paulina Wach. Erschienen bei Bored and Dice. Ja, richtig. Beziehungsweise auf Deutsch bei Giant Rock. Wir sind Alchemisten, aber da haben wir ja schon drüber geredet. Also eigentlich brauchen wir da nichts mehr dazu sagen, weil wir ja letzte Woche in unserem Podcast sehr ausführlich über die Alchemisten und Trismegistus geredet haben. Genau. Wir machen hier vielleicht für die, die sich das nicht angehört haben, nur nochmal eine ganz kurze Meinung. Für mich mein Lieblingsexpertenspiel aus dem letzten Expertenjahrgang. Also alles, was seit der Spiel 2019 erschienen ist oder zur Spiel 2019 erschienen ist, gefällt mir Trismegistus am meisten. Besten. Besten. Also er ist auch das Meiste. Am größten. Am größten. Das dreimal größte Expertenspiel ist es, ja. Wobei ich mich letztens auch noch hingesetzt habe, da habe ich mal überlegt, was sind denn eigentlich deine Lieblingsexpertenspiele? Und da habe ich festgestellt, habe ich gar nicht so viele. Also da gibt es nicht so dieses eine, das muss ich unbedingt spielen. Das Problem ist, glaube ich, bei dir und den Experten spielen, dass es dir zu abstrakt ist meistens, weil du ja das erzählerische Erlebnis brauchst. Und der Bauchspieler bin. Und dann haben wir gespielt Halligalli mit dem kleinen Kind, was wieder total verzweifelt ist. Dass sie verloren hat, weil... Wir sind zwar alt, aber wir können schnell erzählen. Halligalli, ein schönes Spiel, bei dem man sich die Finger wehtut, weil man auf eine Glocke hauen muss, wenn da fünf gleiche Obst liegen. Und man das erkennt. Jan versucht immer noch falschrum aufzudecken, sodass er seine Karte als erstes zieht. Ich bin ja auch der Älteste hier in der ganzen Runde, ne? Ja, da muss man ihn immer drauf hinweisen und das kleine Kind kann nicht schnell genug zählen. Ja. Und ist dann frustriert nach einer halben Runde. Genau. Das will ja auch nur auf die Halligalli-Glocke einfach eigentlich hauen. Ja, das ist richtig. Mehr will es ja nicht. Und dann ging es weiter in unsere epischen Ongoing-Challenge. Wer gewinnt die meisten Partien, Rajas of the Ganges? Da ist es mittlerweile, glaube ich, ausgeglichen. Ich weiß es nicht genau. Nein, es ist nicht ausgeglichen. Also wir haben doch dieses Jahr wieder ein paar Partien gespielt mittlerweile und ich liege jetzt zwei vorne. Sonst war es immer ausgeglichen. Nach einer geraden Anzahl Partien war es immer ausgeglichen und jetzt liege ich zwei vorne. Also können wir quasi aufhören. Es ist von Inka und Markus Brandt bei Hoch erschienen und von Dennis Lohhausen gestaltet. Das ist ein Dice-Placement und wir haben schon so oft darüber geredet. Nein, 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 das ist kein Dice-Placement. Es ist ein Worker-Placement, wo du die Würfel als Währung benutzt. Also so viel Zeit muss schon sein von der Spielmechanik. Es hat aber genauso schöne durchsichtige Plastikwürfel wie Coralia. Wir haben es aber jetzt nicht nur als normale Variante gespielt, sondern wir haben es mit allen Modulen gespielt. Nochmal drin und da sei vielleicht nochmal erwähnt. Zumindest allen Modulen aus der ersten Goodie-Box. Genau und das sind die Module, die man in diversen Brettspiel-Kalendern, Adventskalendern von diesem kleinen Verlag in Berlin zum Beispiel kennt und so weiter und so fort. Die hat man da jetzt alle drin gesammelt und als eine Goodie-Box gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ding natürlich aufgebaut mit allen Teilen, die da drin sind und es hat länger gedauert. Es hat durchaus länger gedauert, ja. Normalerweise ist ja Ratschaus auf der Gang ist bei uns ein schnelles Spiel. Also eine Partie, ungelogen Grundspiel, kriegen wir in 20 bis 25 Minuten runtergerockt. Das geht ratzfatz. Aber mit allen Goodies und allem, was es da gibt, haben wir, ich glaube zwei Stunden haben wir gebraucht. Ich glaube anderthalb, zwei Stunden, ja. Aber ich musste mir ja erstmal durchlesen, was die Module alle machen. Ja, also das ist ein großer Vorteil der Goodie-Box. Man kann natürlich bei der Goodie-Box durchaus entscheiden, das gefällt mir jetzt nicht so gut, das lasse ich außen vor. Das gefällt mir, das packe ich rein. Wir hatten sogar noch zusätzlich zur Goodie-Box die Erweiterung von Matthias dabei mit dem Karma oben, die glaube ich für die Bretterwisser oder gab es die mal als Dingskarte. Also wirklich alles, was es gab und das hat trotzdem Spaß gemacht. Aber es war dann mir, also wenn du alles reinnimmst, war es mir einen Tick zu kompliziert. Also wenn du wirklich das Mangodorf, nee Mangodorf war es, drin hast, wenn du die Edelsteinhändler drin hast, die dann nochmal dir eine Figur mehr geben und so weiter und so fort. Dadurch hast du mehr Möglichkeiten einfach, die da sind. Und ich finde auch, die Erweiterungen, die es in der Goodie-Box gab, die haben sich wunderbar in das Grundspiel eingefügt. Also es gab keine eigentlich dabei, die aufgesetzt wirkte. Es hat halt ein Spiel, was für uns ein schnelles Spiel ist, zu einem wieder vollwertigen Spiel gemacht. Ja, das ist richtig. Es gab halt ein paar Sachen, die haben wir außen vor gelassen. Also in dieser Goodie-Box ist zum Beispiel drin, dass man ja den Fluss, also in der Grundregel gibt es ja auch schon den Punkt, dass man den Fluss ja mit neun Bonis besetzen kann. Das haben wir auch in der alten Box nie gespielt, weil uns das nicht gefällt. Das haben wir jetzt zwar drin gehabt dann mal in der Partie, aber hat uns auch nicht so gefallen. Ich finde es schön, dass das funktioniert, also dass du wirklich modulhaft da rangehen kannst. Ich überlege gerade, ob es jetzt ein Muss ist bei denen. Aber ein Muss ist es nicht wirklich. Ich freue mich. Nein, ist es nicht. Es gibt auch bald noch eine zweite Goodie-Box. Und das Roll and White. Ja, ich weiß, da freust du dich drauf. Wir haben aber auch, Rajas of the Ganges, dieses Jahr nicht nur mit allen Modulen gespielt, sondern auch auf diversen Online-Plattformen mittlerweile ausprobiert. Wo wir uns dann vorbereitet haben für unsere vorherige, also vor den Alchemisten, wo wir ja über die Online-Brettspiele geredet haben, war das unser Spiel, was wir immer ausprobiert haben. Weil da kennen wir die Regeln und da kann man das natürlich schnell durchexerzieren. Was ich noch sagen wollte, bei der Goodie-Box 2 ist mir gerade eingefallen, was uns ja der Hochverlag erzählt hat. Es wird nur ein Goodie dabei geben, was schon mal regulär erschienen ist. Das heißt, es werden Erweiterungen in dieser Goodie-Box sein, die es noch nicht gab. Ich bin mal gespannt, ob die immer noch alle miteinander, alle kombiniert werden können, weil dann wird das ja eine richtig epische Partie. Ja, also da, na hundertpro, also das hoffe ich doch, dass das mit allem funktioniert, dass wir alles zusammenpacken können und dann vier Stunden Rajas spielen irgendwie. Welche von den Online-Plattformen hat dir denn am besten gefallen bei den Rajas? Ach, das ist, also persönlich hat mir natürlich Yucata am besten gefallen, weil du das ja durchaus geskriptet hattest mit, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Und es waren einige Sachen, die ein bisschen komisch waren, aber das hatten wir ja auch schon damals gesagt, wenn du zum Beispiel diesen Karma einsetzt, dass das automatisch passiert durch die Plattform. Und wir ja ein bisschen hatten, ja, ich will jetzt das Karma einsetzen, um aus der 5 eine 2 zu machen. Und du konntest den Zweier andersrum, oder du konntest einen Zweierwürfel halt zum Bezahlen benutzen, weil er dann automatisch eine 5 draus gemacht hat und sowas. Genau, also da hat mir das schon durch das Geskriptete ganz gut gefallen, war aber natürlich grafisch nicht so gut. Von der Grafik her war es dann doch eher der Tabletop-Simulator, der mir da besser gefallen hat, aber da musst du halt auch alles ja händisch machen. Also wirklich jeden Zug. Da kannst du den Elefanten beliebig einfärben, das finde ich sehr schön. Und durch die Geben geschnipsen. Ja. Also ich fand beide Versionen ganz gut, aber ich finde, dass Yucata einfach durch die geskripteten Elemente wirklich auch einsteigerfreundlicher ist. Das ist richtig. Natürlich, klar, das habe ich da natürlich den Nachteil beim Tabletop-Solata. Kannst nichts falsch machen bei Yucata. Ja, aber manchmal, auch wenn es wie bei einem relativ coolen Spiel, und wir sind immer noch der Meinung, warum dieses Spiel nicht mehr Beachtung gefunden hat, das verstehen wir bis heute nicht, aber trotzdem musst du auch bei Yucata, auch wenn du nichts falsch machen kannst, die Regeln ja trotzdem kennen. Sonst weißt du ja nicht, auf was du hinspielst. Ansonsten ist es nur das Klicken, was mache ich da? Das ist richtig. Aber das musst du ja auf allen diesen Plattformen eigentlich. Ja, aber da ist halt, mittlerweile frage ich mich, ist da vielleicht Tabletopia und der Tabletop-Simulator vielleicht die bessere Wahl? Dadurch, dass du wirklich dich mit dem Spiel nochmal auseinandersetzen musst und nicht nur einfach geskriptet durchklickst, wo du nicht wirklich weißt, was ist das große Ganze dahinter. Persönlich, ich spiele es am liebsten immer noch mit dir analog auf den Tisch. Das Ratschers. Wobei das Auf- und Abbauen da echt viel Zeit braucht. Gerade das Sortieren der Geländeplättchen braucht echt Zeit. Und das ist natürlich besser. Absolut. Auch auf so einer Online-Plattform. Wenn du eins nachziehst und dann wird gleich automatisch das nächste nachgelegt. Das macht es schon besser. Du konntest dir sogar angucken, welche noch im Stapel sind. Und das kannst du ja mit genug Gehirnkapazität kannst du dir das ja merken, welche es gibt und welche schon da sind. Dadurch wüsstest du ja, was noch kommt. So weit bin ich aber noch nicht. Also da habe ich nicht genug Gehirnkapazität. Interessiert mich auch nicht. Spielst du mit dem, was da ist. Richtig, dann denke ich mir, ach gut, da kommt irgendwo, ach da, die Kreuzung, die brauche ich, die nehme ich schon. Passt, ich spiele auf. Lila Würfel und dann kriege ich die da hin. Das passt dann schon. Also Rajas immer noch bei meinen Top-10-Spielen ist Rajas ganz weit oben dabei. Also da ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Du musst noch Ben Harris auftauchen, ne Rajas? Oh, das wäre total geil. Also wenn jetzt in der Goodiebox 2 Ben Harris auch noch nebenbei in Rajas indische Bollywood-Tatortfälle lösen müsste, das wäre der absolute Wahnsinn. Okay. Das wird dann Goodiebox 3 werden. Vielleicht sollten wir mal mit dem Hochverlag denen mal so einen Pitch dafür geben mit hier. Rajas of the Ganges Detective. Detective Rajas of the Ganges. Mord im Ganges. Detective Bollywood. Detective, richtig. Detective Bollywood. Wir machen unseren eigenen Fall, der dann da spielt. Okay. Okay. Also wird es in den nächsten Monaten keine Podcasts oder sonstigen Dinge geben, weil wir damit beschäftigt sind. Okay. Gut. Danach. Also nach diesem Rajas-Zeug. Ratschieren ist die Mehrzeit. Also wenn man eine Partie Ratschers spielt, ist es Ratschers. Und wenn man mehrere spielt, hat man raschiert. Und nachdem wir also raschiert haben. Haben wir eine Wissenslücke geschlossen. Und zwar haben wir gespielt, Leo muss zum Friseur von Leo Colovini. Ob der zum Friseur muss, so wissen wir nicht. Vielleicht muss das ja jetzt heutzutage, weil wenn jetzt alles zu ist durch Corona. Ja, danach muss man dann ganz dringend zum Friseur von Abacus Spiele. Und das war nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2016 und hat beim Deutschen Spielepreis das Kinderspiel des Jahres gewonnen. Genau. Also im gleichen Jahr 2016. Ja, war damals ein ganz großer Hit. Also im Kindergarten ging das ja hoch und runter. Bis ab sechs Jahre. Und wir sind Leo ein Löwe mit ganz langer Miene. Und wir haben drei Tage Zeit, um den Weg zum Friseur zu finden. Wir sind aber ein verplapperter Leo. Also wir reden ja mit allen. Wir sind ja sehr kommunikativ als Leo. Also nicht der Schweigefuchs sind wir, sondern der Plapperlöwe. Und gehen ja durch den Dschungel da durch. Und der Dschungel ist ja aufgebaut. Aus Plättchen. Aus Plättchen. Und dann gehen wir vorwärts und decken ein Plättchen auf. Wir gehen zwar so viel vorwärts, wie die Karte, die wir gespielt haben, ans Wert anzeigt. Es ist auch wieder kooperativ. Ja, jeder hat, also der Kartenstapel wird gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Und es ist natürlich der Spielmechanismus schlechthin für Kinder. Also Memory, der dahinter liegt. Denn am Anfang weiß ich natürlich noch nicht, wie sieht denn der Dschungelfahrt aus. Welche geschwätzigen Gefahren lauern denn da auf mich? Und wer will nicht mit mir reden? Also probiert man es erstmal aus. Wegschilder zum Beispiel wollen nicht mit dir reden. Ja, die sagen wir einfach nur, da geht es weiter und kosten keine Zeit. Aber das plapprige Zebra, das ist keine Alliteration, der plapprige Papagei, aber der lebt nicht in Afrika. Den gibt es da aber, glaube ich. Aber das wäre dann ökologisch gesehen falsch. Aber das zittrige Zebra zum Beispiel, wenn das mit mir redet, das redet dann gleich drei Stunden. Und dann gehen halt drei Stunden vorbei. Es sei denn, die Karte, die du ausgespielt hast, um beim Zebra zu landen, hat die gleiche Farbe wie das Zebra. Ja. Dann verlierst du keine Zeit. Nein, weil ich ja mich vor dem Zebra verstecken konnte im hohen Gras. Und so versuche ich dann halt durch diese Memory-Effekte mich langsam durch den Dschungel durchzubewegen. Nach jeder Runde werden aber auch die Karten neu verteilt und dann redet man eben drum und sagt, okay, ich möchte da hin. Wer von euch hat denn jetzt zum Beispiel die rote 2? Und dann sagt einer der, okay, wenn wir die spielen, dann gehe ich da hin. Und so merkt man sich dann eben, wer wo ist und versucht durch den Dschungel zu kommen. Ohne, dass die Zeit vorbei ist. Weil wenn die Zeit des Tages aufgebraucht ist, es ist 8 Uhr abends und wir haben es nicht geschafft anzukommen beim Friseur, dann gehen wir natürlich wieder zurück in unser Bett. Ja, es wird auch sehr schön, der runden Marker selber ist durch die mähnige Mähne vom Leo angedeutet und die sprießt ja ohne Ende. Also wenn der ein Tag nicht beim Friseur war, dann ist das gleich 30% mehr Volumen, die er da hat, macht durchaus Spaß. Also hat unserer Kleinen, mit der wir es dann gespielt haben, unheimlich viel Spaß gemacht. Weniger Spiele sind aber einfacher, muss man sagen, weil du bist ja jemand, der merkt sich grundsätzlich nichts. Nö. Du bringst also keinen Mehrwert, verteilst aber die Karten auf mehr Personen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der dran ist, also die richtige Karte oder die passende Karte hat, zur nächsten Karte, die wir kennen, sinkt damit rapide. Ja, aber du vergisst, ich bin zwar der, der keine Information behält, aber ich bin auch der, der Glück hat beim Ausspielen der Karte und dann genau die Karte ausspielt, die zufällig mit der Karte übereinstimmt, wo der Leo landet. Also in meinem Zug ist Leo beim Friseur angekommen, weil ich eben solch ein Glück hatte. Muss man ja auch sehen. Also ganz so unnütz bin ich dann doch nicht gewesen. Ja. Ein spaßiges Kinderspiel, also mehr ist es auch wirklich nicht. Aber es ist durchaus verdient, glaube ich. Genau, also ich muss auch sagen, die Nominierungen bzw. die Auszeichnung, ja, absolut. Also ist auch ein Spiel, wo ich durchaus eben einem Kinder, also man hat ja oft genug, dass ein Kindergarten fragt, was könnte man oder dass andere Eltern fragen, was könnte man denn spielen und so weiter. Und da kann man wirklich drauf verweisen auf die Kinderspieljury und sagen, hier, da haben sie eine gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich top. Das spielt sich locker, das lässt sich schnell erklären. Und der kooperative Gedanke, der muss natürlich auch gelebt werden. Also man kann da wirklich mit den Kindern auch sinnvoll darüber diskutieren, wie man jetzt vorgeht und denen damit das Kooperative so ein bisschen näher bringen. Und man zieht natürlich auch den Nutzen daraus, dass Kinder sich diese Memory-Spiele einfach besser... Ja, als Erwachsener alleine ist man da total aufgeschmissen. Das machen kann. Dann haben wir gesagt, du merkst dir jetzt die, die hier liegen bis dahin, der Nächste merkt sich das und so kann man das auch ein bisschen aufteilen, die Verantwortung. Ja, schönes Spiel. Obwohl es ein Kinderspiel ist. Die Frage ist, wie es sich als Trinkspiel abgeben würde. Aber ich glaube, da ist es nicht ganz so spaßig als Trinkspiel für Erwachsene. Das weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir was gespielt, was du total toll findest. Da gibt es ja viele, was ich total toll finde. Ja, aber was du so richtig, richtig gut findest. Was finde ich denn so richtig, richtig gut? Imperial Settlers Empires of the North. Ja, top. Zwei auf Platz eins oder zwei. Das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Von Ignacy Cevicek, beziehungsweise Johanna Kijanka. Die rechte Hand vom Ignacy mittlerweile. Mittlerweile, ja richtig. Die Designerin, die Hauptdesignerin eigentlich von den ganzen Portal-Spielen. Also Portal Games ist es erschienen. Die Illustrationen sind wieder von Roman Kucharski. Auf Deutsch bei Pegasus-Spiele. Genau. Mein Lieblingsspiel. Auch wenn jetzt der Fokus anders liegt und man merkt, dass die Johanna eine andere Handschrift hat als der Ignacy. Aber ich mag es. Also es ist ein wunderbarer Nachfolger zu Imperial Settlers. Die mochte ich ja prinzipiell sowieso schon. Ich finde, jetzt kriege ich es wahrscheinlich öfter auf den Tisch als Imperial Settlers. Weil du ja das Deck nicht so kennst. Also du musst das Volk nicht so stark kennen, wie es bei Imperial Settlers der Fall war. Dem würde ich mal dezent widersprechen. Ja. Weil du ja schon wissen musst, welche Karten du in deinem Deck drin hast. Du hast jetzt zwar nicht den Effekt, dass du das noch mit anderen Karten aus einer anderen Quelle kombinieren musst. Du hast nur dein Deck. Trotzdem musst du wissen, was da drin ist und wie du die miteinander kombinierst, um sinnvoll zu entscheiden, baue ich diese Karte jetzt oder nicht. Das ist richtig, aber ich kann, was es hier ja gibt, ist jedes Deck, was du hast, also es ist für die Leute, die Imperial Settlers kennen, sehr ähnlich. Es gibt ein paar Sachen, die sind einfach weggefallen. Ich habe mein Kartendeck. Aus diesem Kartendeck ziehe ich x Karten und spiele dann diese Karten aus, baue Gebäude. Dadurch kriege ich dann Aktionen, die mir zur Verfügung stehen oder ich kriege Ressourcen und so weiter und so fort. Und baue dadurch langsam ein Königreich auf. Allerdings gibt es ein paar kleine Einschränkungen. Einschränkung Nummer eins ist, es gibt halt verschiedene Clans mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Und hier ist das, was ich meine bei Imperial Settlers, dem ursprünglichen. Wenn du neu bist, gebe ich dir vielleicht den Clan mit der Schwierigkeitsstufe eins oder zwei. Und ich selber spiele dann einen, der etwas schwieriger ist von seiner Beschaffenheit her. Dazu kommt noch, was du ja auch schon gesagt hast, ich habe kein allgemeines Deck mehr und mein Clandeck, sondern ich habe wirklich nur mein Clandeck, durch das ich spiele. Was ich interessant finde, ist dieser Aktionsauswahlmechanismus. Weil das sind einzelne Plättchen, die ich immer wieder anders anordnen kann, die zusammen einen Kreis ergeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Aktion Segeln nutze und stelle meinen Pöppel da drauf, dann kann ich den Pöppel für eine Nahrung nochmal auf eine angrenzende Aktion bewegen. Dann wird der nur so umgedreht, da ist ein X drauf, damit man sieht, man kann den nicht nochmal bewegen. Aber das ist eben angrenzend und dadurch ist es immer ein bisschen anders gemischt, weil ich das zufällig zusammenpose. Dadurch geben sich bestimmte Ketten, die man vielleicht so hat. Also man kann auch, die Karten sind wieder ein bisschen anders. Wenn ich nämlich dieses Segeln spiele, dann habe ich vielleicht eine Karte auf der Hand, einen Booster, der dann sagt, das kannst du nur ausspielen, diese Karte, wenn du Segeln warst. Und dann kommt ein Instant-Effekt oder was auch immer. Das macht das Spiel logischer, durchdachter. Die ganze Angriffsmechanik ist rausgeflogen. Also man kann nicht mehr die Gebäude eines anderen vernichten. Man kann nur noch mit einer Axt das Gebäude deaktivieren. Aber das hatten wir bis jetzt in unseren Runden eigentlich noch nie, dass da jemand eher so stark auf Angriff gespielt hat. Weil man braucht es nicht wirklich. Und weil ich sagen muss, dass ich bis jetzt nur eine Partie mitgespielt habe. Du hast schon ein paar mehr gespielt. Das ist ja auch mein Lieblingsspiel. Und mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ja, dich hat auch Imperial Settlers nicht vom Hocker gehauen. Das ist vielleicht ein grundlegendes Problem. Was sich noch geändert hat, ist, gegenüber dem normalen Imperial Settlers spiele ich bei Imperial Settlers Empires of the North nicht über fünf Runden, sondern hier kommen jetzt wieder die Geschichten, dass ja eigentlich 51st State und Imperial Settlers das gleiche Grundspiel sind. Auch hier endet das Spiel in der Runde, in der der Erste die 25 Punkte erreicht hat. Und dann wird eben nochmal eine Endabrechnung gemacht. Wie viele Gebäude habe ich noch? Wie viele Ressourcen habe ich noch über? Und so weiter und so fort. Und es ist auch eins der wenigen Spiele, wo ich die Solo-Kampagne mag. Und das ich auch alleine spiele. Weil hier gibt es einfach nicht nur eine Solo-Kampagne, wo es dann heißt, versuch deine Punkte zu schlagen oder so. Was ich ein bisschen beim ursprünglichen Imperial Settlers langweilig gefunden habe. Nee, Ignacy Cevicek bzw. Johanna Kilianca haben hier ein Solo-Buch zusammengestellt mit verschiedenen Szenarien, die verschiedene Punkte machen. Und dann kann man mal versuchen, mit dem einen Clan dieses Szenario zu schaffen oder mit dem anderen Clan dieses Szenario zu schaffen. So kann ich nämlich auch in der Solo-Variante meinen Clan einfach besser kennenlernen. Hier ist es allerdings wieder so, dass es da eine Rundenvorgabe gibt. Dass man innerhalb von vier Runden muss man das Ding geschafft haben, damit man die entsprechenden Punkte kriegt. Für mich, Imperial Settlers, Empires of the North, ich warte mit Sehnsucht auf die Erweiterung, dass die Römer kommen. Und es sind ja auch schon genug andere diverse Erweiterungen dafür angekündigt. Und Ignacy selber hat ja gesagt, es ist einfacher beim Imperial Settlers, Empires of the North, eben die Decks rauszubringen, weil ich ja nur einen Clan rausbringen muss und nicht noch das allgemeine Deck zusammen machen muss. Balancing macht es halt einfacher. Ja, und ich habe auch das Problem gehabt bei den ursprünglichen Imperial Settlers, dass ich ja mein Deck erst zusammenbauen musste. Ich musste so und so viele Karten nehmen aus dieser Gewichtung, so und so viele Karten aus dieser Gewichtung und so und so viele Karten aus dieser Gewichtung. Und da muss man halt dann schon alle Erweiterungen kennen und so weiter und so fort. Und hier finde ich es einfach toll. Du nimmst das Spiel, du packst es auf, du erklärst es ratzfatz. Also auch die Erklärung für das Spiel ist total toll. Und dann spielst du einfach los. Das ist mein absoluter Favorit. Also in diesem letzten Spielejahrgang Platz 1. Imperial Settlers, Empires of the North. Da bin ich halt wirklich ein kleiner Fanboy. Also da bin ich ganz hin und weg, wenn es um dieses Spiel geht. Und bevor ich weiter in die Lobhude Leiche verfalle, gehen wir doch zum nächsten über. Da könnt ihr mich auch jederzeit gerne zu einer Partie einladen. Bin ich sofort bei euch. Kann man das irgendwo online spielen? Nee, leider nicht. Aber wenn dann hier, wenn das Nukleus wieder aufmacht, bin ich dabei. Wenn das Coronavirus weg ist. Sofort. Da könnt ihr, spiele ich gerne mit euch. Also könnt ihr jederzeit kommen. Außer zwischen. Ich bin dann ganz froh, weil dann spielt der ja anders ohne mich. Du wirst auch noch zum Imperial Settlers Fan. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt und das wird auch nichts mehr. Ich glaube, ich werde das irgendwie hinkriegen. Das sieht zwar knuddelig aus. Ja, ist es doch. Guck mal, die Eisscholle, auf der die da sind und dann kommen auch noch, deine Ägypter kommen auch noch mit dazu. Ja, hier komisch mit Schiffen irgendwo hinfahren und Sachen bauen und ich weiß nicht. Ach, du hast ja keine Ahnung. Ich weiß. Ich bin ja nur eine Frau. Das hast du jetzt gesagt. Nicht ich. Wir haben gespielt dann noch Tiny Towns von Pegasus beziehungsweise von AEG Spiele von Peter McPherson und gekünstelt haben sie die Gongstudio und Matt the Parkett. Den Gag hatten wir schon mal gemacht. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über die Tiny Towns geredet, dass uns das dann doch durchaus gefällt, das Spiel, wo ich ja Gebäude baue, also wo mein kleines Raster von. Wir hatten darüber geredet, dass es schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Es werden eben Ressourcen aufgedeckt und je nachdem darf man farbige Cubes auf seinem Raster platzieren. Die man dann irgendwann zu Gebäuden zusammenfasst. Und wenn die passend sind zu einer Gebäudevorlage, die existiert, kann man dann das austauschen und auf eines der Felder ein Gebäude setzen. Da kann man dann natürlich nicht weiter Ressourcen platzieren. Man kann sich da ganz schön in eine Ecke bauen. Gerade als Anfänger geht das ganz schnell, dass man wupp, 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 oh, da habe ich jetzt eine freie Lücke, da habe ich eine freie Lücke und diesen Zockermechanismus mit Glas, 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 Lehm. Okay, kriege ich nochmal um. Aber jetzt muss Stroh, 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 Stroh. Gefällt mir immer noch sehr gut. Tiny Towns. Da wird es nochmal was dazu geben, glaube ich. Ja, das haben wir schon geplant. Von den beiden Spielen, also man nimmt ja immer Tiny Towns und Dilltown zusammen. Ist Tiny Towns das, was mir ein bisschen mehr gefällt, obwohl es weniger Spielerinteraktion hat? Weißt du, was dir noch besser gefällt? Was gefällt mir denn noch besser? Marco Polo 2. Oh ja, im Auftrag des Kahn. Bin heute nur Stichwortgeber. Ja, aber das machst du fantastisch da draußen. Da muss man auch mal von den Zuhörern, die klatschen jetzt einfach mal für dich, dass du das sicher so gut machst mit den Stichworten geben. Von Simone Luciani und Daniele Taccini, gezeichnet und illustriert von Dennis Lohhausen und erschienen bei Hans im Glück. Und wir haben da schon sehr ausführlich drüber geredet, dass wir das ja besser finden als den ersten Marco Polo Titel und dass es ja so viel besser macht. Ja, da brauchen wir auch glaube ich gar nicht viel drüber dann reden, weil hört euch dann einfach die Podcast-Folge an, in der wir nämlich da drüber reden, ist unten in den Shownotes verlinkt. Wir können es wieder kurz umfassen. Ich hoffe mal, dass es eine Nominierung kriegt zum Kennerspiel. Ich möchte, dass dieses Spiel Kennerspiel des Jahres wird. Das möchtest du? Ja, weil das richtig gut ist, weil es einen richtig guten Ansatz gefahren hat, weil es dieses Original Marco Polo einfach verbessert hat und das Spiel damit besser gemacht hat und runder und ich hätte es nicht gedacht und jetzt ist es halt dieses, wie du früher Marco Polo 1 gespielt hast mit Aufträge, Aufträge, Aufträge und ich fahre ja gar nicht so durch die Gegend, sondern ich habe eigentlich die Füße hoch in Venedig und mache nur die Aufträge. Musst du hier reisen? Also es ist wirklich... Es ist aber auch einfacher zu reisen. Es ist einfacher, natürlich, klar. Wie gesagt, es greift ja schön ineinander. Es ist nicht mehr so kompliziert, es ist auch nicht so kompliziert zu erklären und so weiter und so fort. Da greift es wirklich unheimlich tief ein. Und das ist tatsächlich eines der Spiele, wo ich sagen würde, ähnlich wie bei Rajas of the Ganges, das würde ich auch jederzeit spielen. Ich bereue auch nicht, dass Marco Polo 1 jetzt unseren Haushalt verlassen hat und wir jetzt nur noch Marco Polo 2 haben. es ist neben, also nehmen wir jetzt mal meine subjektive Vorliebe für Imperial Settlers Empire on the North raus. ist es auch auf dem gleichen Niveau. Also von meinem, ich mag es einfach. Es ist wunderschön. Ich habe zwar keine Chance, weder bei Marco Polo 1 noch bei Marco Polo 2 in diesem Spiel, aber ich spiele es halt gerne. Ja, das kommt noch. Vielleicht lernst du ja noch was dabei. Ja, ne, du, das passt ja. Ich gewinne ja dafür bei Ticket to Ride, deswegen passt das schon. Ausgeglichen. Gewinn du ruhig bei Marco Polo 2. Ich spiele da gerne mit. Ich habe jetzt auch nichts Negatives. Also wenn wir das mal mit jetzt anderen Leuten nochmal gespielt haben, kam da jetzt auch keine negative Grundhaltung oder irgendwas rein. Das ist einfach ein richtig gutes, rundes Spiel geworden und es ist auch gut so, dass sie es als neue Version rausgebracht haben und ich finde es halt auch thematisch schön, also dass dieses wirklich Marco Polo 1, du reist hin, Marco Polo 2, du reist drumherum, wie es halt auch in der Vita von dem guten Marco Polo angeblich war. Ja, ja, jetzt hast du ja irgendwelche anderen Prognosen schon. Ja, die Flucht vor dem Kahn. Marco Polo 3 wird das Spiel dann sein. Es muss einfach kommen, sonst passt das nicht. Aber erst in ein paar Jahren. Es macht sich für mich auch schwierig oder andersherum, ich weiß auch nicht im Moment, wo du das noch verbessern könntest, das Spiel. Also ich finde, das ist schon auf einem guten, also was willst du denn da noch machen? Ja, ist gut jetzt. Ohne Würfel. Ist gut jetzt. Mit, genau, mit Deckbuilding. Ist gut jetzt. Das wäre noch besser. Also Marco Polo 3, die Flucht vor dem Kahn, dann mit Deckbuilding. Ja. Jetzt zu was ganz, ganz, ganz anderem. Ganz, ganz anders. Ja, completely different. Ja. Sanktum. Wo Jan heute fragte, was war denn eigentlich nochmal Sanktum? Wir sehen schon, wie viele Eindrücke Sanktum bei Jan hinterlassen hat. Sehr wenige. Sanktum von Philipp Nedug erschienen bei CGE, auf Deutsch bei den Heidelbeeren. Heidelbeer Games. Ja. Es will eine Brettspielversion von Diablo sein. Zumindest hat es selber diesen Anspruch an sich. Es sieht auch erstmal so aus. Es sieht auch schön aus. Also man hat seinen Helden, man bewegt sich vorwärts über verschiedene Spielplanteile. Man lootet Gegner. Man tötet Gegner, man lootet Gegner, man rüstet sich aus für den Endkampf. Für Diablo dann. Und ja. Man hat seine Mana-Tränke, seine Heiltränke. Alles so, wie man es aus dem Computerspiel kennt. Ja. Aber. Ja, da schwingt so ein Ja-Aber mit. Und es hält irgendwie, also dieses Feeling, das kommt einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hatte jetzt nicht dieses Hack-and-Slay-Gefühl. Also es gibt keine Gegner-Horden. Gegner sind durch Karten dargestellt, die eben aufgedeckt werden. Und ich suche mir halt immer einen aus. Also ich muss mir immer einen aussuchen und die bei mir platzieren. Oder es können auch Gegner-Pärchen sein. Aber so viel Ausfall gibt es da jetzt auch nicht. Und es sind jetzt nicht wirklich diese Massen an Gegner, die so wie beim Zombieside, wo du ja das Gefühl hast, die stürmen jetzt, diese Zombie-Horde stürmt auf dich zu. Die hast du einfach nicht. Es gibt halt die Miniaturen, das sind nur die Helden-Miniaturen. Und dadurch, dass du einfach irgendwie dann drei, vier, fünf Karten vor dir liegen hast, mehr nicht, die du dann bekämpfst, kommt das Gefühl einfach nicht auf. Auch wenn vielleicht auf dem Spielplan Horden von Gegnern liegen. Ja, weil das Hauptproblem ja der Mechanismus ist. Während ich ja bei Zombieside dieses Hordengefühl ja dadurch habe, okay, ich habe jetzt diesen einen, aber Leute, ich habe diese Kettensäge in der einen Hand und diese Kettensäge in der anderen Hand. Und ich springe da rein, ich würfel jetzt mit neun Würfeln. Ist es ja hier, dass du ja auch einen Würfelmechanismus hast. Man hat ja, also man hat eine Handvoll Würfel, die ich dann werfe, nachdem ich mir meinen Gegner ausgesucht habe. Und dann muss ich diese Würfelergebnisse meinem Gegner zuordnen. Wenn ich schaffe, all seine Würfelaugen, die er braucht, erwürfelt zu haben, drehe ich dem um und habe Loot dafür bekommen. Erstmal hast du Erfahrung. Und ich kriege auch Erfahrung, womit ich dann entsprechend werfen kann. Es gibt drei Farben an Gegnern. Also man hat so einen Erfahrungsbaum in drei Farben. Jeder Held hat auch noch eine bestimmte Spezialisierung, dass er mit einer bestimmten Farbe vielleicht mehr anfangen kann als mit anderen. Da liegen dann Spezialfähigkeiten, die ich aktiviere, indem ich da so, wie nennt man so Drops? Ja, ja, es sind die Pulsar-Drops. Die klassischen CGE-Drops. Nach oben bewege in der Farbe, wo ich den Gegner besiegt habe, um halt was freizuschalten. Und die kann ich dann nachher auch noch benutzen, wenn ich die oben ganz rausgeschoben habe aus dem Erfahrungsbaum, um damit Ausrüstung auszurüsten. Also ich bin vielleicht nicht schlau genug, um den komischen Hut Stufe 2 zu tragen. Es sei denn, ich habe genug Erfahrung in der Farbe. Da muss man auch ganz klar sagen, das ist zwar ganz nett mit diesem, wie schalte ich meine Fähigkeiten frei, weil ich die nicht in der vorgegebenen Reihenfolge freischalten muss. Aber wenn ich jetzt unbedingt in der blauen Leiste voranschreiten will und ich habe aber im Moment keine blauen Gegner, dann werde ich das nicht können. Und wenn ich, nachdem ich dran war, wird halt was Neues aufgedeckt und mein Gegner oder mein Mitspieler, er ist ja nicht kooperativ, muss man dazu sagen, hat dann diese blauen, braucht die auch, nimmt die wieder weg und danach kommt wieder grün, habe ich wieder gelitten. Weil dann habe ich wieder kein Blau und das blockiert mich das gesamte Spiel lang, im Prinzip in der Phase, wo ich eigentlich aufrüsten würde. Dann hilft es mir auch nichts, noch mehr grün zu haben, weil irgendwann habe ich alles in grün freigeschaltet. Nicht nur das, sondern ja auch, dass diese Farben, die es gibt, also dieses Rot, Blau, Grün, ja auch ein bisschen für die Grundwerte stehen. Also Rot ist mehr so dieses Stärke, was der Barbar oder sowas hat. Blau ist eben das Wissen, das Magische und Grün so ein bisschen Geschicklichkeit, was der Bogenschütze braucht. Und wenn man jetzt mit Charakteren spielt, die sich davon unterscheiden, dann geht das vielleicht noch einigermaßen. Aber wenn ich jetzt zwei Leute habe, die wirklich auf grün gehen wollen, weil sie auch das Loot in grün dann bekommen wollen. Das Problem ist, dass jeder alles braucht. Also du hast genau gleich viele Fähigkeiten in jeder Farbe. Das ist richtig, aber ich kann, als Bogenschütze zum Beispiel, bin ich eher auf der grünen Seite, weil die bringt mir erst mal am Anfang mehr. Ja, und hier ist jetzt genau das Problem gegenüber dem Zombieside, was da draußen ist, mit seinem Ameritrash, mit vielen Würfel würfeln und sehen, was los ist. Bei Sanktum schaffen sie es, aus dem Hack and Slay chaotischen Feeling, rüber zu schwappen in ein Eurogame-trockenes Feeling. Nämlich mit, wenn da jetzt auf meinem Spielplanteil, was ich habe, fünf Monster liegen und ich sehe schon, oh, durch meinen Bogenschützen, wenn ich eine vier würfle, zählt eine vier als zwei Vieren. Naja, dann nehme ich mir doch den mit der vier, weil da die wahrscheinlich, also da gehe ich wieder hin mit, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Ausrüstung, die ich habe und welches Monster nehme ich denn raus, aus diesem Pool, weil es am wahrscheinlichsten mit meinen Würfelergebnissen zusammenhängt. Dazu, das, was du gesagt hast, dieses trockene, erfahrungsmäßige Hochschieben. Ja, ich müsste jetzt in Grün mich weiter bewegen, weil ich möchte diese grüne Ausrüstung, diese grüne Ausrüstung gibt mir wieder das. Also da wird das ganze Thema, dieses chaotische Thema, was du ja aus dem Videospiel kennst, wieder sehr trocken. Und ich glaube, das ist das, was dann irgendwo fehlt. Plus, was du ja gesagt hast, wir hatten es ja in einer Partie, wo, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war auch Patrick, mit dem wir das gespielt haben. Ja, was? Wo Patrick und ich nach vorne weggeschossen sind. Ihr seid weggelaufen, ich bin nicht hinterhergekommen, weil der Mechanismus ist, dass du das Feld, wo schon jemand stehst, kannst du überspringen. Und wenn die Leute das vor dir machen, sich gegenseitig überspringen und du dann erstmal eine Lücke dazwischen hast, dann kannst du nicht mehr aufholen. Dann kannst du nicht mehr aufholen. Die werden immer weiter voran, weil die immer zwei Felder quasi gehen und du selber kannst aber nur ein Feld gehen. Also du kannst, deine Bewegungsreichweite ist halt eins. Es sei denn, da sind Leute vor dir und du kannst aber immer selber entscheiden, läufst du oder bekämpfst du Gegner oder holst die Gegner ran. Irgendwann musst du gegen die kämpfen, weil diese Reihe voll ist. Und wenn das halt nicht mit dem Rhythmus der anderen übereinstimmt, hängen die dich ab und das kannst du die ganze Partie nicht mehr aufholen und hast halt auch am Ende dann weniger Erfahrung. Schlechtere Ausrüstung, weil in den ersten Spielplanteilen kommt halt nur die Einser-Gegner vor, die einfachen Gegner. Und die haben schlechtere Ausrüstung als die Zweier-Gegner und die schlechtere Ausrüstung haben als die Drei. Also die Ausrüstung wird immer besser, du kommst aber nicht ran, weil du halt hinterher hingst. Aber du kannst auch nicht ewig laufen, 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 weil du irgendwann deine Gegnerleiste voll hast. Ja. Es ist ein großes Problem. Ja, absolut. Es ist auch noch ein großes Problem, dass nachher der Endkampf, also irgendwann sind wir bei Diablo angekommen. Die Ersten sind da angekommen und wenn du dann nicht dabei bist, dann kriegst du schon mal Nachteile. Richtig. Dann musst du auch relativ schnell aufschließen, dass du sagst, ja, ich bin auch dabei und dann geht es einfach darum, dass dann geflippt wird. Und hier kommt wieder noch ein ganz großes Problem des Spiels, nämlich ein extrem schwieriger Zufallsmechanismus, weil der Oberboss, man zieht eine Karte und dann steht da, ja, das und das passiert, ihr kriegt so und so viel Schaden oder ihr könnt das verhindern oder sonstiges. Und je nachdem, welche Karten da gezogen werden, kriege ich das halt verhindert oder eben nicht verhindert. Und da kann es dann durchaus passieren, dass man nach der Hälfte des Kampfes, auf wo man gut ausgerüstet ist, dahin gerafft wird oder man ist sehr gut ausgerüstet und es kommen die Karten, die ich gut abfangen kann einfach. Wobei noch jeder seinen eigenen Weg sozusagen da gehen muss. Also du hast deine eigene ultimative Challenge und hinzu kommen immer nur Ereignisse, die dann für alle sind. Ja, aber auch dieser eigene Weg mit den ultimativen Challenges ist ja wiederum abhängig von den Würfelergebnissen, die da liegen. Und wenn ich dann natürlich wieder... Bei dem Endkampf musst du halt die Möglichkeit haben, deine Würfel schon sehr stark manipulieren zu können. Du musst einen gewissen Pool an diesen Drops haben, die du dafür nutzen kannst. Also Mana und Stärke-Tokens, die du dafür nutzen kannst, die zu manipulieren und vielleicht auch deine Fähigkeiten zu nutzen, die wieder frei zu kriegen. Weil wenn du sie einmal benutzt hast, sind sie halt benutzt. Und ganz oft will das Spiel von dir, dass du halt auch irgendwelche Felder verdirbst, also dass du sie nicht mehr benutzen kannst sozusagen. Und da musst du halt ganz gut aufpassen. Und wie du sagst, es ist auch ein bisschen glücksabendig, ob du das verkraften kannst oder nicht. Ja, natürlich, klar. Wenn ich jetzt solche Karten habe mit, da ist eine 4, eine 5 und eine 6, die ich erwürfeln muss und durch meine Ausrüstung kriege ich das sowieso einfach hin, weil ich die halt relativ simpel genau dahin manipulieren kann, zack, 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 gehe ich vorwärts. Und dadurch, dass es jeder... Noch einfacher ist es natürlich, wenn du gleich die richtigen Ergebnisse würfelst. Oder gleich so. Aber der Punkt ist ja, je schneller ich ja auf meinem persönlichen Weg nach vorne gehe, desto schneller bin ich ja auch durch. Weil auch da ist es so, je näher ich dem Ende komme, desto weniger Schaden macht mir der Oberboss. Und ich komme dadurch einfach auch schneller durch dieses Minispiel durch. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was auch ziemlich unfair ist, ist es eigentlich diese Errungenschaften-Leiste, dieses Board. Also es gibt zum Beispiel extra Plättchen, die dir im Kampf am Ende helfen. Und für denjenigen, der zuerst drei verschiedene... Agile Level 3 Ausrüstung hat oder sowas. Ja, also der bestimmte Ausrüstungslevel zuerst erreicht hat, bestimmte Edelsteine bekommen hat, also durch Erfahrungspunkte und so weiter. Das Problem ist, derjenige, der als erstes die erste Stufe von diesem, dieser Errungenschaft freigeschaltet hat, der ja sowieso schon vorne dran ist, wird vermutlich auch die zweite zuerst erreichen und auch die dritte, weil er ja schon einen Vorsprung hat. Genau und vielleicht später explizit darauf, wenn er sagt, ich brauche jetzt vielleicht zwar kein Blau, so wie du es jetzt hattest, aber ich nehme mir den blauen Gegner, weil ich dann einen blauen Edelstein bekomme und diesen blauen Edelstein brauche ich dann, um dieses Plättchen zu bekommen und da ist wirklich dieses First come, first serve. Es gibt keinen Trostpreis für den zweiten oder dritten irgendwie. Also normalerweise hast du ja in solchen Spielen genau diesen Mechanismus, dass der eine sehr viel kriegt. Den Ketchup-Senf-Mechanismus vielleicht auch? Den auch und der andere kriegt dann vielleicht nicht zwei Bonis oder zwei Bonus-Würfel, sondern kriegt halt nur ein Bonus-Würfel oder irgendwie sowas und das fehlt hier komplett. Also da läufst du und das war bei einer Partie, die wir beide ja gespielt haben. Du hast da oben alles eingecatcht, was da ist, bist in den Endkampf hineingegangen mit jo, ich habe alles, was da ist und bei mir war relativ schnell Schicht im Schacht. Dazu kommt noch und wieder einmal, in dieser Sendung, die Regeln, die sind nicht wirklich toll aufgebaut in ihrer Grundstruktur. Die waren sogar falsch. Ich will erst mal nur auf die Grundregeln. Doch, die hast du ja gar nicht gelesen. Nee, aber ich meine die Struktur einfach. Die Struktur der Regeln ist okay. Da kann ich nichts dagegen sagen. Das Problem war, dass im Regelheft ein ganz krasser Fehler drin war, welche Spielplan-Teile im Spiel sind, bei welcher Spieleranzahl. Und zwar in der Übersetzung. Nicht in dem Original. Das ist ja auch noch das Wichtige dabei. Ja, in der Übersetzung war auf der einen Seite stand was anderes als später im Heft. Und das eine hat halt gar keinen Sinn gemacht und dadurch warst du halt total verwirrt. Im Prinzip. Bis du erst mal geklärt hast, was ist denn jetzt richtig. Es hat sich nachher, wenn man logisch drüber nachgedacht hat, ergeben, was davon richtig ist. Aber allein schon, dass das passiert in der Übersetzung, ist schon traurig eigentlich. Und hier muss man auch wieder sagen, wir werden heute auch noch über ein Spiel reden in der Sendung oder vielleicht ist es auch erst in der nächsten Sendung, aber bei der Aufnahme ist es so, die Übersetzung kommt ja von Heidelberg Games und wir werden noch über ein Spiel von Heidelberg Games reden in der Übersetzung, wo wir auch sagen müssen, Lektorat und so weiter und so fort hat wirklich einen ganz schlechten Job abgeliefert. Und so war es halt auch bei Sanktum. Es war nicht nur das an der Einstelle, das was falsch war, aber es waren dann auch andere Sachen noch, die in der Lokalisierung einfach schiefgelaufen sind, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, das muss schnell auf den deutschen Markt gebracht werden. Und das kann es ja einfach nicht sein. Also gerade wenn es, klar, wenn irgendwo mal ein Komma fehlt, kein Ding. Oder wenn irgendwo da was vielleicht ein bisschen unklar formuliert ist. Aber so wie du ja sagst, wo es wirklich spielregeltechnisch so ist und es war ja auch an dem Punkt der Schnellspielanleitung mit, so baut ihr das auf und dann baut man das so auf und sagt, das geht aber gar nicht, wie ihr das wollt. Das funktioniert nicht. Du hast es eigentlich nur gesehen, wenn du wirklich diese zwei Seiten, wo das beides mal beschrieben war, nebeneinander gelegt hast und hast gesehen, hey, hier steht wirklich was komplett anderes. Und du weißt nicht, was ist richtig. Natürlich, weißt du nicht. Das heißt, wir haben dann natürlich das Originalregelwerk aufgemacht und gesagt, ah, guck mal, hier steht es genau so und so. Aber was das allgemeine Regelwerk und den Aufbau betrifft, da muss ich dir leider widersprechen. Das war schon ganz gut gemacht. Also man hat da wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie das Spiel funktioniert. Das Einzige, was nicht so klar war, war diese, so ein paar Ungereimtheiten, dass du zum Beispiel nicht weißt, was passiert denn jetzt, wenn ich von einem Spielplanteil runtergegangen bin und der andere steht noch drauf. Weil es ist nur erklärt, was passiert, wenn du einen Spielplanteil betrittst. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich das Übernächste betrete und der andere ist immer noch, also da ist keiner mehr drauf quasi. Das wird halt nicht erklärt. Das meine ich ja. Und es gab so ein paar andere Sachen in dem Original, wenn da eine Regelfrage war, ja, wie ist denn das, das und das, dann hast du das nicht sofort gefunden, diesen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ja. Prinzipiell ist es aber schon, es steht irgendwo drin. Es ist halt eine Anleitung, die dafür gemacht ist, dass du losspielst. Ja. Aber es ist keine Anleitung, die dir jede einzelne Regelfrage erklärt. Oder schnell auffindbar macht, irgendwo in der Richtung. Also du musst ungefähr wissen, wozu du eine Frage hast. Ja. Aber es ist auch eher in Richtung, auch wenn du gesagt hast, es hat so ein paar Eurogamingere Elemente, im Gegensatz zu Zombicide, würde ich es immer noch eher in die Ameritrash-Ecke verorten. Na, eher nicht. Wenn ich nach der Definition gebe, die ich bei den Spielträumers damals gehört habe, die auch nur von irgendjemand anderem mit diesem bei Ameritrash würfelst du die Würfel und schaust, was du dann machst und... Das machst du hier auch? Du hast anderes als die Würfel würfeln und hoffen, dass du das Richtige hast und das irgendwie abfangen kannst? Das machst du auch nicht. Aber ich finde, es ist nicht so Ameritrash, wie es sein ist. Du hast weniger Würfel. Es ist sowohl so ein Zwischending vielleicht. Ja, aber es ist immer noch kein Eurogame. Also es ist immer noch mehr dieses Spiel, wo du mit Glück leben musst. Und extrem leben musst damit. Das ist es ja noch. Plus dadurch, dass es nicht kooperativ ist, sondern eher so wieder so ein... Ich glaube, es hat auch diesen schwierigen Ansatz, dass es ja so semi-kooperativ ist. Es ist überhaupt nicht kooperativ. Ich weiß nicht, was du bei Semi siehst. Naja, doch. Es ist... Ja, ich weiß nicht. Also... Es ist überhaupt nicht... Es ist keine kooperative Komponente in diesem Spiel. Was meinst du? Nee, wir vergessen das einfach. Ihr habt das da draußen nie gehört. Der Punkt ist, glaube ich, ich hatte mich auf Sanctum vor der Spiel gefreut. Und ich war auch wirklich... Oh, da kommt Sanctum und es kommt raus und ich würde das haben. und ich war kurz davor, es mir zu kaufen. Wir haben es ja dann auch später noch gekauft. Ja, ja, aber ich wollte es ja eigentlich schon in Essen kaufen, habe ich mir aber gedacht... Da haben wir ja genug. Nein, du wartest jetzt mal mit Sanctum, weil es ja auch noch andere Leute gibt, die das vielleicht in deinem Spielkreis spielen wollen, die jetzt nicht unbedingt mit der Englischen und es wird ja eine Deutsche kommen. Deswegen haben wir dann die Deutsche Version gekauft. Richtig. Und dann haben wir auf die Deutsche gewartet und haben die gekauft und jetzt muss ich aber sagen, es war jetzt nicht so doll. Also vielleicht gibt es draußen Leute, die sowas toll finden. Es hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen irgendwo. Es war... Okay. Ja, es ist jetzt aber auch kein... Aber okay reicht halt jetzt nicht mehr so. Nee, es ist jetzt auch kein... Also wenn jetzt irgendeiner sagen würde, hey, lass uns mal Sanctum spielen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen... Ja, ich würde es ihm vielleicht erklären, aber aktiv mitspielen würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, weil... Möchtest du dabei sitzen und zugucken. Naja, der Punkt ist ja auch, du hast ja diese Klassen erwähnt. Irgendwann habe ich alle Klassen durchgespielt. Also da hast du diese vier, fünf Klassen hast du durchgespielt und dann gibt dir das Spiel nicht mehr. Ja, Klassen. Ja, meine ich, ja. Du hast aber fünf gesagt. Ja, das ist die geheime Klasse. Das ist der Unsichtbare. Kennst du nicht, ne? Hast du Diablo niemals gespielt mit dem Unsichtbaren? Ich glaube, ich habe jetzt auch noch nicht alles gespielt. Ich glaube, eine Klasse fehlt dir noch. Eine Klasse fehlt mir noch, ja. Aber... Ich habe auch den Blauen da habe ich mehrfach gespielt. Die macht Spaß, muss ich sagen. Ja, aber es gibt den ja nicht. Also du hast nicht... Irgendwann hast du alles durch und sagst, jetzt habe ich alles durch. Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Also du machst immer das Gleiche. Das ist halt nur, es gibt immer die gleichen Gegner, es gibt immer die gleiche Ausrüstung, es gibt immer die gleichen Dinge, die im Endkampf passieren. Da ist nicht viel Varianz drin. Es ist auch keine Story, die erzählt wird in irgendeiner Form. Es gibt null Flavortext. Nichts. Du gehst einfach da durch und würfelst. Ja. Und am Ende machst du einen Endkampf. Ich meine, Diablo hat ja eine Story. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, Sanktum war halt Mittelmaß. Noch nicht mal Mittelmaß. Also, hm. Ich sage, ich würde es nicht nochmal spielen unbedingt. Sanktum günstig abzugeben. Ja, Sanktum günstig abzugeben. Schreibt uns an. So, jetzt ist aber auch erst mal die Luft raus hier. Wir wollen euch ja auch nicht zu lange mit unserem Quartalsrückblick quälen. Und die Leute können ja nicht durch die Gegend laufen im Moment, um uns zu hören. Wir machen hier jetzt einen Cut. Da kommen noch mehr Spiele und zwar noch zwei weitere Folgen. Woher wissen wir denn das, wenn wir das jetzt hier so zwischendurch, das ist doch nicht etwa im Nachhinein reingeschnitten? Nein. Wer weiß. Nein, das machen wir nicht. Wir haben einfach im Gefühl, dass es noch zwei weitere Folgen geben wird. Wir haben einfach einen super Redaktionsplan hier vor uns liegen. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt hier Tschüss. Bis zum nächsten Teil des Quartalsrückblicks. Ich bin der Jan. Und ich bin Jasmin. Ciao. Ciao. Ciao.